So, dann begrüße ich euch nochmal ganz herzlich, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live-Event mit meinem Gast heute, Dirk Hilger, dem SteoTrader Erschaffer sozusagen. Ich freue mich, dass er hier zugegen ist. Dann müssen wir gleich mal einen Soundcheck noch machen. Warte mal. Jetzt mag er nicht. Warte, ich werde dich mal mit aufmachen. Dirk, kannst du kurz was sagen? Beziehungsweise, ich werde dich auch gleich mal zum Modar oder nennen. Ah, da ist er. Da bin ich. Dirk ist auch zurück. Sehr gut. Wir sind also wieder komplett. Alles fein, wie gesagt. Die Märkte gehen hier ganz schön gut ab. Gerade zumindest am Devisenmarkt bewegt sich gerade einiges. Wir wollen uns aber natürlich auch mal anschauen, was der DAX denn jetzt hier zu tun hat. Wir hatten ja heute Morgen da einige Vorstellungen, die dann tatsächlich auch abgearbeitet wurden. Und schlussendlich kannst du ja, Dirk, hier da auch gescheit was rausschneiden. Jetzt wollen wir mal sehen, wie sich der Nachmittag gestaltet. Und ich würde auch den Desk gleich wieder mal zu dir rüber geben, wenn du magst. Ja, gerne. Klar. Pass auf. Damit wir dann auch gleich natürlich sehen, was du denn da so vorhast. Bildschirm müsst ihr da jetzt alle sehen. Ja, ich sehe ihn zumindest. Kurze Bestätigung ins Publikum. Seht ihr den Bildschirm auch von Dirk. Aber sollte so sein. Denn ich habe zumindest hier grünes Licht, was das angeht. Und das ist ja schon mal gut. Jawohl. Dann, Dirk, was hat sich getan im kleinen Rückblick zum Vormittag über die Mittagspause? Hat sich da was ergeben, was du erwartet hast? Oder völlig neue Umstände? Nö. Das ist ja eigentlich genau so aufgegangen, wie es aufgehen sollte. Beziehungsweise das war ja die Idee. Ich habe ja, also sind ja eigentlich damit geendet, dass wir halt hier, also mit dieser Kerze hier, rechte Seite, DAX Stundenchart, das war dieser Shootingstar, den wir hier hatten, der schwarze, wo ich schon gesagt habe, das wäre eigentlich schon wieder eine Einladung für Long, aber nicht, weil es halt Anti-Lehrbuch ist oder wie auch immer, sondern wir hatten ja vorhin hier den Bereich, die 246, da hatte ich eine Linie eingezeichnet, habe gesagt, das wird der Entscheidungspunkt und der ist Punkt 11 Uhr auf den Tick genau auf dieser Linie auch gelandet und nachdem er die vorher per Schlusskurs mit der 10 Uhr Kerze beziehungsweise mit der Öffnungskerze überboten hat, hat er die Punkt 11 Uhr bestätigt und daran hat man dann auch gesehen, okay, das passt perfekt und ab da ist nichts mehr passiert, ist einfach nur noch geradeaus nach oben gelaufen, eigentlich ab der Stelle und ich hatte ja auch gesagt, denkbar wäre eben halt hier, weil wir den H4 hier eben auch haben, also das ist natürlich die entscheidende Kerze, um die es gehen würde um 12 Uhr, die kam jetzt um 12 Uhr nicht allzu weit, aber generell habe ich halt im Blick einfach oder beziehungsweise meine Vermutung ist, dass wir nochmal über die 400 laufen, eben von da an und das war halt auch ein sehr schöner Trigger, also hier der, entsprechend der Schlusskurs dann auch hier überall im H4 an der Stelle sowieso, beziehungsweise im H1 eben dann an der 246 und das sieht alles gut aus, ich habe auch hier auf der linken Seite, wie man sieht, ich habe das auch gehandelt, den Durchbruch da oben und habe auch vorhin in der Gruppe noch geschrieben 272 Long, wäre halt eine Chance, dass das funktioniert, der braucht auch irgendwie zwei Anläufe, beziehungsweise drei, aber so ist es halt manchmal, wenn man mit einem Stop von fünf Punkten arbeitet und ist jetzt aber auch hier schon ein Teil raus bei 300, das heißt, das Ding ist komplett safe, auf jeden Fall und ich habe jetzt hier auch, ich habe die Hälfte habe ich rausverkauft, entsprechend hier oben oberhalb der 292, das war die Linie hier und da sieht man auch ganz deutlich, also auf einer Minute hat er eben durchgekauft, das sind immer so Punkte, die beurteile ich auf einer Minute und auf 30 Minuten hat er knapp drüber geschlossen und auf einer Stunde ebenfalls, das heißt für mich eigentlich relativ klar, sollte weiterlaufen, also spricht zumindest nichts dagegen, kann natürlich immer alles ganz anders kommen, deswegen natürlich auch ein Teilverkauf da oben an der Stelle und der Rest ist jetzt einfach im Trail, das heißt also jetzt hier auf 30 Minuten ist der Trail jetzt eingestellt und der verfolgt jetzt einfach die Kerzen unter, also die Kerzen, die das höchste hoch gemacht haben, unter deren Tief in einem Abstand von fünf Punkten, das ist das, was jetzt hier passiert, also eigentlich alles, ja, wie nach Wunschkonzert eigentlich. So kann man es sich ja fast nur wünschen eigentlich, wie gesagt, das ist natürlich ein Stück weit, man kann nicht sagen, dass man es vorher bestimmen kann ohnehin, was passiert, aber du hast dann einen Plan, an dem du dich entlang gehandelt hast und wenn der Markt das tut, was du dir vorstellst, ist natürlich eine optimale Konstellation. Wenn es nicht so kommt, dann hast du ja den Stop-Loss im Zweifel, ne? Genau, klar. Also deswegen halt auch vorhin hat auch wirklich dann irgendwie tatsächlich zwei Anläufe gebraucht, weil ich hatte auch noch irgendwie auch noch geschrieben, eventuell reichen, auch die 2, 6, 4. Das war halt einfach dann tatsächlich hier im Stundenchart betrachtet, genau hier unten, der, ne, nicht der, war es nicht, Moment, nach der Stundenkerse, genau, also hier oben. Da ist, hat tatsächlich dann auch gereicht, gut, habe ich jetzt selber tatsächlich nicht dran geglaubt, ich habe gedacht, es gibt noch ein bisschen Korrektur, deswegen bin ich da auch nicht long, sondern habe mich dann lieber hier am Widerstand, das war die 2, 7, 2, das ist hier die gestrichelte violettfarbene Linie, die ich heute Morgen ja schon auf dem Schirm hatte und die ich auch beschrieben habe, woher die kommt und deswegen bin ich am Widerstand tatsächlich dann halt auch nochmal rein. Quatsch, das ist ja doch gar nicht, da bin ich hier verwirrt. Da unten, die ist es, die ist es, woher, wir sind schon eine Etage höher, ich komme auch gerade vom Mittagessen hier und. Hetz, Hetz an den Desktop geschmissen und erstmal geschaut, was passiert, aber zumindest hast du die Linien ja im Blick, ich meine, es ist ja zum Glück nicht ganz so kunterbunt bei manch anderen? Ne, gar nicht, also ich meine, das hier sind ja nur jetzt nochmal Behelfslinien halt für Reaktionspunkte, also wenn ich die ausblende, dann bleibt da gar nichts mehr übrig eigentlich. Also ich versuche halt auch echt immer irgendwie möglichst nicht mehr als irgendwie, ja, zwei, drei entscheidende Linien auf einer Strecke von 100 Punkten zu haben, weil, ist ja klar, weil wenn ich alle fünf Punkte in der Linie habe und dann ist es immer schön, wenn ich sagen kann, hey, meine Linie ist angelaufen worden, ist ja auch dann kein Wunder. Aber halt eben, um natürlich auch das CAV halt, damit es eben auch vernünftig bestimmt werden kann, weil klar, wenn ich halt einen Abstand habe von 30, 40 Punkten zwischen den Linien und arbeiten mit einem Stop von meinen Wegen auch 10 und dann sollte ich im Schnitt da eigentlich auch in der Lage sein, dann halt auch Geld zu verdienen. Also von daher, ja. So ist es. Und, bitte? So ist es, mein guter, genau das ist es. Brauchst du eben auch einen klaren Plan. Und solltest eben nicht alle fünf Punkte in der Linie machen, auch wenig Sinn, um ehrlich zu sein. Ja, kann man machen. Also ich meine, für Skyping macht das schon Sinn. Aber um jetzt irgendwie halt da größere Bewegung zu bestimmen, macht es überhaupt keinen Sinn. Also finde ich jetzt zumindest mal. Und jetzt muss man halt mal gucken, jetzt deswegen halt auch oben der Teil raus, auch wenn wir jetzt hier abgeholt werden, ist nicht schlimm. Das Ding ist ja trotzdem im Plus soweit. Wäre natürlich jetzt schöner, wenn jetzt hier abprallt und man da oben zieht, das ist halt der Pivot, das ist der gesehene Widerstand, sage ich mal dazu, weil da ist ja vorhin im, hier oben stecken ja diverse Dochte drin. Und aber für mich nicht der entscheidende Widerstand. Also klar, wenn man sich das so anguckt, hier ist ein Pivot, da oben hat es reagiert. Für mich entscheidender war tatsächlich die 272. Pivot und man sieht ja, hat er halt jedes Mal auch drunter geschlossen und hat noch heute Morgen, glaube ich, dort auch den ersten Impuls Widerstand in dem Bereich. Und von daher war die für mich ein bisschen wichtiger und weniger der Pivot, weil das ist natürlich auch wieder so eine, so eine Sache. Also Pivots, ich handel sie dann, wenn sie irgendwie in meinen Kontext reinpassen, ansonsten eigentlich nicht. Und weil es halt eben auch oft zu ungenau damit läuft. Und hier passt er jetzt in den Kontext, weil er halt eben oberhalb der 272 liegt. Und das war halt dann auch relativ risikoarm, ja, dann dort halt irgendwo long zu gehen, weil das gesehene Ziel lag ja dann halt entsprechend nochmal hier 10, 11 Punkte höher. Und dass der da halt versucht durchzukommen, ist halt wieder genau das gleiche Prinzip wie eben auch, dass er das versuchen würde. Es lag so ein bisschen auf der Hand und hat man danach auch gesehen, der ging ja auch nicht mehr weg von dem Bereich, sondern es klebte ja wirklich da dran. Und dann kann man, hier sieht man es ganz gut auf 15 Minuten, da ist ja nicht mehr viel passiert. Mal kurz, mal runter, aber nochmal dran, dran, dran. Und da fällt der nicht einfach so normalerweise impulsartig dann irgendwie 50 Punkte nach unten. Das wäre schon eher untypisch. Und jetzt kann er hier eben auch, deswegen war es mir auch wichtig, den Entry auch tiefer zu haben. Jetzt kann er hier halt noch ein bisschen rumzackern. Und wie gesagt, wenn ich jetzt da rausfliege, dann ist es auch okay. Wobei ich da natürlich auch sagen muss, da bin ich wieder im gleichen Szenario wie heute Morgen. Hier haben wir eine Aufwärtsbewegung, 15 Minuten. Wäre jetzt natürlich typisch, da einmal drunter zu kommen und dann wieder zurück zu laufen. Aber mich hält ja auch nichts davon ab, da nochmal reinzugehen, dann an die Stelle und dann halt eben das Ganze nochmal mitzunehmen. Also das wäre jetzt halt typisch. Also hier runter klatschen, einmal hier unten nochmal auf die 272 nochmal drauf und dann halt eben im letzten Moment nochmal hochziehen. Weil jetzt haben wir 14,25. Da hat er jetzt noch fünf Minuten Zeit, um das Spielchen zu spielen. Das wäre auch einmal kurz unter die 30 Minuten Kerze. Das wäre wieder der klassische Ausstopper. Von der Warte her betrachtet liegt er jetzt gar nicht gut hier. Würde ich normalerweise dahin nicht setzen. Aber wie gesagt, wir haben hier eine Teilposition. Ich kann da auch jederzeit nochmal rein. Aber hier bleibt jetzt echt die Frage, reicht das zeitlich überhaupt noch? Da jetzt noch so eine Bewegung da reinzusetzen, dass der innerhalb von fünf Minuten noch einmal komplett runter und einmal komplett hoch. Weiß ich nicht. Also vorhin sah das ja ein bisschen anders aus. In 15 Minuten haben wir das Spielchen ja vorhin auch mal gehabt und ja auch entsprechend gehandelt. Und ob das jetzt hier reicht, muss man mal sehen. Weil wenn er da jetzt unten erreicht, den Punkt und dann nicht sofort wieder wegkommt, dann wird es eigentlich auch schon wieder unsauber für Long. Also das ist natürlich jetzt auch wieder der Punkt, so jeder sieht es. Oh, DAX steigt, steigt, steigt. Da müssen wieder alle irgendwie rein. Und was macht der DAX? Schmeißt er erstmal alle wieder raus. Das ist ja nichts Neues. Aber interessant, wie du den DAX-Chart tatsächlich so im Detail auseinander nimmst. Das habe ich auch selten gesehen, muss ich sagen, Dirk. Ja, ich meine, irgendwann sage ich immer, müssen sich die ganzen Tausenden von Stunden, die was den Unsinn hier angesagt hat, ja auch mal irgendwie in der Form bezahlt machen. Ja, das ist aber auch wichtig. Das sind eben auch Erfahrungswerte, weil die meisten denken eben nach einem Wochenendseminar oder nach einem Buch oder nach einem Trainingswebinar oder was auch immer, geht es dann immer so gleich. Nee, nee, da gehört schon viel Erfahrung zu, um auch abschätzen zu können. Na gut, ist das nun was für mich oder nicht? Das kann man eben nicht so pauschal immer wieder duplizieren, wenn man da keine Übung drin hat. Aber es ist schon interessant, wie gesagt. Also insofern, dass du da alles aus dem Chart ableitest. Wir haben ja jetzt 14.30 keine News aus den USA, wobei es dir ja in Anführungszeichen auch gar nicht so wichtig ist. Mich hat aber vorhin noch eine Frage von Joshua. Und zwar wäre hier ein Neuanstieg Long am PR1. Das ist das, wovon du ja gerade gesprochen hast. Denkbar? Das kommt aus Timing an. Ich sage mal, wenn der jetzt, wenn die 15-Minuten-Kerze hier oben drin schließt, also in dieser Aufwärtsbewegung und was haben wir denn? 14.30, dann sieht die 30-Minuten-Kerze, das sieht auch noch vernünftig aus alles. Stundenkerze sowieso. Wäre auch gleichzeitig dann knapp an der Eröffnung von der Stundenkerze. Also ich meine, ich darf ja hier keine Empfehlung abgeben. Aber ich sage mal so. Tut ja keinen Zwang an. Wir haben den Riss des Climbers unter das Webinar geschrieben. Übrigens, die Aufzeichnung vom ersten Teil ist schon bei YouTube hochgeladen. Ich kann es dann reinstellen, wer das heute verpasst hat. Und ansonsten natürlich immer erwähnen, Handel auf eigenes Risiko. Das ist ganz klar. Ja. Ich sage mal, die dürfte Idee ist es, glaube ich, nicht. Er sollte aber halt dann wirklich dann auch irgendwann loslaufen. Das heißt, er darf nicht so lange hier unten bleiben. Und die nächste 15-Minuten-Kerze, das heißt also 14.45, sollte auch gefälligst wieder hier oben stehen. Und wenn er das nicht tut, dann wäre das dann eigentlich eher schon ein Exit, das Signal, dann an der Stelle. Weil ich meine, das kann natürlich halt auch, ja klar, das Kugel habe ich halt auch nicht. Ja, die hat niemand. Das kann natürlich trotzdem sein, dass der hier einfach drunter klatscht. Hat er vorhin schon mal geschrieben, es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass wir die 240 nochmal sehen. Und das wäre auch ein schöner Ausgangspunkt, das wäre eigentlich der ideale Ausgangspunkt für Long 240. Und das ist eben hier unten die grüne Linie, das ist der Bereich. Da müssen wir jetzt 10 draufzählen, weil das ja hier der Future ist. Also ungefähr 10 ist ja die Differenz. Das ist denkbar, ja. Also, dass die nochmal kommen. Und deswegen, wenn wir hier nicht an der Stelle sofort eine Reaktion kriegen bei 272 nochmal nach oben, dann wird das nichts, also mit Long an der Stelle. Das muss also wirklich zügig gehen. Und du hast ja gerade gesagt, wir haben 14.30 Uhr, gibt zwar keine News, aber oft haben wir echt um 14.30 Uhr doch deutliche Bewegungen. Also womit das zusammenhängt, vermutlich mit den Amerikanern, weil ja dort, glaube ich, die Auktionszeit anfängt. Das Pre-Opening, genau die vorbürstliche Phase beginnt. Beziehungsweise meines Erachtens. Ja, schon mal eine Runde runterspucken hier, das ist schon möglich. Ein paar Minuten haben wir noch. Aber sag, wie bist du eigentlich, neben dem, dass du jetzt, sag ich mal, hier den Markt so kaufst, ich will dich natürlich nicht zu sehr ablenken. Nö, nö, ich bin ja positioniert. Ich meine, mir kann ja nichts mehr passieren hier. Also, wenn er mich abholt, holt er mich ab. Genau. Wie gesagt, die Hälfte ist raus, sieht man hier auch in der Statistik. Nur ganz kurz da ein Wort dazu. Klar. Man sieht jetzt hier sind noch irgendwie 18 Euro plus da jetzt gerade irgendwie sechs Punkte. Und 70 Euro steht hier bei Trade-GV, also Gewinn und Verlust. Das ist ein Unterschied hier im Stereo-Trader, weil der immer alle Teilverkäufe mitrechnet. Ja, also ich habe halt hier schon realisiert, jetzt irgendwie um die 50 Euro, also die Hälfte eben von dem Trade war schon halt realisiert. Deswegen weicht es hier ab. Und so habe ich halt einfach einen besseren Überblick. Das heißt, ich könnte auch theoretisch, ja, wenn ich jetzt irgendwie versessen drauf bin, dass das Ding da oben unbedingt durch muss, könnte ich jetzt auch theoretisch den Stop hier unten hin bewegen. Und ich wäre halt noch lange nicht im Minus. Also, hier wird es ja angezeigt bei CAV, kann ich ja mal kurz zeigen. Angenommen, ich setze jetzt hier unten hin. So, und dann steht hier ein Risiko für 35 Euro. 50 habe ich aber schon realisiert. Das heißt, ich wäre hier selbst hier unten immer noch 15 Euro im Plus. Ja, also nur um das mal zu erklären. Und so brauche ich halt irgendwie nicht nebenbei irgendwie einen Block, einen Taschenrechenser liegen zu haben, sondern ich sehe es halt hier einfach. Ganz klar. Und dann wird auch entsprechend hier oben, erst wenn die Trade-GeoV, erst wenn die negativ wird, dann ist wirklich auch der ganze Trade negativ, weil der besteht hier aus Teilpositionen. Das kommt ja noch dazu. Sieht man ja hier, das sind überall Teil-Entries gewesen. Ich habe das nach oben raus skaliert im Durchbruch. Ich habe halt direkt unter dem Widerstand noch drei Orders reingegeben, weil ich einen Durchbruch halt haben wollte. Und meistens geht es ja dann schnell. Das sieht man ja auch. Das ist ja unübersehbar, wie das funktioniert hat. Und von daher, ja, die habe ich aber eben relativ schnell wieder aufgelöst. Aber das hilft mir halt einfach wahnsinnig dabei, entsprechend auch einen Überblick zu behalten. Wichtig. Und das nur kurz zur Erklärung an der Stelle. Wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig. Muss man ja auch sehen, wie du das Tool so liest oder siehst und was man dann, sage ich mal, noch als zusätzlichen Benefit rausziehen kann, ist auf jeden Fall wichtig. Gerade wenn man in der manuellen Excel-Tabelle oder sonst wie, wie man es früher gemacht hat, nachrechnen müsste, reine Katastrophe im Endeffekt. Ja. Das ist ja irre. Muss man ganz klar sagen. Aber so lief es ja früher teilweise ab. Oder man hat es im Kopf gemacht ganz früher. Also machen es die meisten ja heute noch. Also die meisten Plattformen können es ja nicht mal so rechnen. Und hier wird es halt gerechnet. Also der Trade ist einfach vom Öffnen der ersten Teilposition, bis das Ding flat ist. Egal, was ich zwischendurch gemacht habe. Auch wenn ich gedreht habe. Wäre ich jetzt hier oben irgendwie auf Short gedreht, würde es halt alles entsprechend mitgerechnet werden. Und weil es ja dann halt, ich meine, man handelt ja eine Bewegung. Und die Definition, oder sagen wir mal so, es ist kein Gesetz der Welt, sagt, eine Bewegung ist ja nur eine Richtung. Nein, ich handel ja eine Bewegung. Wie auch immer ich die handele. Und solange ich eben positioniert bin, sei es jetzt irgendwie mit Teilverkäufen gedreht oder was auch immer, wird es einfach entsprechend komplett auch mitgerechnet. So sieht es aus. Aber du hast vorhin irgendwie, glaube ich, auch noch irgendwie eine Frage eingeworfen. Ich habe da ein bisschen weit ausgeholt. Jetzt hast du wahrscheinlich auch den Faden verloren, ne? Äh, nee, also ich rate zumindest den Ansatz einer Frage. Jetzt sagt Peter Müller. Du bist nicht der Peter Müller aus Österreich, oder? Heute nach Börsenschluss kommen Zahlen. Ah ja, die Amgen im Juli, ja, ist richtig. Mit durchschnittlich um 6%. Können wir uns separat mal anschauen. Ansonsten, das ist natürlich jetzt hier mehr so eine Seasonal-Geschichte. Gibt ziemlich eine interessante Statistik, weil du gerade davon sprachst. Oder es immer wieder auch erwähnst, dass du ja die statistischen Daten auswertest und dergleichen. Gibt es ja hervorragende Tools, die so statistische Zeitraumperioden, Zeitraumperioden ist das gleiche, sozusagen fixieren mit Rückblick auf die letzten 30, 40 Jahre, wo gewisse Aktien ein bullisches Sentiment aufweisen oder eben bärisch. Und da gibt es eben tatsächlich Aktien wie die Amgen, die jetzt hier mit Rückblick die letzten 30 Jahre in über 85% der Fälle hier im Schnitt 6% zulegt. Müsste ich mir nochmal aufrufen. Peter, kann ich nachher nochmal drauf eingehen. Wenn man ansonsten die Frage eben, Dirk, wie du eigentlich zum Trading gekommen bist, so neben dem, dass jetzt ja hier praktisch der Trade erstmal wieder fuminant nach oben schießt. Ja, also erste Berührung war tatsächlich schon vor 30 Jahren. Ach du große Gott. Das war ja noch KC85, da gab es ja noch nicht mal PCs. Ja doch, gerade so. Ne, nicht 85. Ja, wir haben, was haben wir denn, 2017, 2017, ach Quatsch, nee, nicht 30 Jahre, 25 Jahre. Also auf jeden Fall Mitte, Anfang 90er war das halt irgendwie. Auf uns. Ja, ist schon ein paar Jahre her. Aber ich habe auch lange nichts gemacht, also muss ich halt auch dazu sagen. Also ich kann, also diejenigen, die denken, ich mache das seit 25 Jahren, jeden Tag muss ich enttäuschen, ist nicht so. Habe aber damals halt eben, keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin, bin da irgendwie drüber gestäubert. Mich hat das halt irgendwie interessiert, irgendwie Aktienkurse und weiß ich nicht was. Und hat dann auch mal die Verlegenheit, mal irgendwie drei Euro da irgendwie anlegen zu müssen. Und habe das dann halt irgendwie mit Aktien gemacht und habe jeden Tag ganz spannend irgendwie auf, was war das damals, Teletext, Videotext oder weißt du, guck guck was, drauf geguckt. Glaub ich dir. Und es hat mich halt, bitte? Glaub ich dir, ging mir ähnlich. Ja, und dann halt, es hat mich dann tierisch gelangweilt, dass sich da jeden Tag immer alles nur ein paar Cent da verändert hat. Und da bin ich irgendwann auf Optionsscheine gestoßen und habe damals dann tatsächlich dann halt irgendwie mit einem Einsatz von 5000 Mark damals Optionsscheintrade gemacht auf den steigenden Dollar gegenüber der deutschen Mark. Und dann irgendwie über das Wochenende dann über 150 Prozent oder so dann irgendwie rausgeholt. Und da war ich natürlich angefixt. Und gut, der Gewinn war natürlich auch schnell wieder weg. Ganz klar. Das ist meistens so, aber der Blut hatteste geleckt, wie es so schön heißt. Ja, klar. Also das war dann natürlich auch relativ schnell wieder weg und hat dann nachher nur hier und da irgendwie noch ab und zu mal was gemacht und dann halt lange nichts. Und dann jetzt eben vor ein paar Jahren dann halt erst nochmal dazugekommen und auch noch nicht so lange her. Und ja, damals irgendwie gedacht, jetzt hier mit Software und so, das muss ja alles phänomenal sein. Und dann halt irgendwie verschiedene Plattformen ausprobiert und die konnten aber alle nicht das, was ich eigentlich so von denen wollte. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen und dann hat sich das halt so irgendwie fortgesetzt. Weil ich habe dann halt angefangen zu handeln und parallel. Hast du dir gedacht, du programmierst mal eine Plattform? Ja, angefangen halt nur natürlich mit ein paar Funktionen. Also wie zum Beispiel so ein Limit-Pullback-Order. Das war so einer meiner ersten Gedanken halt eben auch, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass das eine Plattform nicht kann. Ja, also ich sehe doch, wie der DAX läuft, was der für Sachen macht und da muss doch irgendwie eine Plattform drauf klarkommen, dann eben solche Bewegungen auch einzufangen. Und das konnten die aber alle nicht. Ja, und so kam es dann irgendwie von ein, zwei Funktionen dann tatsächlich, dann hat irgendwann zu immer mehr und mehr. Und die Anfänge liegen jetzt auch, glaube ich, irgendwie schon drei Jahre wieder zurück. Also wo ich hier mit dem Stereo-Trader angefangen habe, parallel dann immer auch gehandelt natürlich und auch nur noch mit dem Stereo-Trader. Und ja, so hat sich das Ganze dann halt irgendwie mit dem Laufe der Zeit dann eben entwickelt. Aber gut schon. So, jetzt haben wir hier eine Reaktion, die ist mir ein bisschen deutlich hier an der 292. Um mal ganz kurz auf den Markt zu kommen. Ja, bleibt dran. Das ist ja erhöhtes Interesse. Ansonsten, liebe Leute, solange Dirk es gerade ausgeführt hat, immer auch Fragen stellen, wie gesagt, wenn er da was auf dem Herzen hat. Lieber Dirk, Hochachtung für deinen Stereo-Trader, lese ich gerade eine Frage zu den Einstellungen der X-Achse. Wie handhabst du dies in den unterschiedlichen Zeitrahmen? Das nur mal, wenn du dann jetzt dein Trade so weit verwaltet hast. Wie ich die X-Achse in den Zeitrahmen kriege, brauche ich doch gar nicht. Die X-Achse ist doch immer gleich. Zu der Einstellung der X-Achse. Wie handhabst du dies in den unterschiedlichen Zeitrahmen? Eine Frage zu den Einstellungen der X-Achse. Eigentlich ja gleich, denke ich auch. Wie handhabst du dies in den unterschiedlichen Zeitrahmen? Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht. Frank, an dieser Stelle vielleicht nochmal ausführen. Ansonsten wieder Back to Market, würde ich sagen. Was gefällt dir nicht an der 2,92? Ja, die war gerade relativ deutlich. Eine Minute sieht man es wahrscheinlich ein bisschen besser. Also es war schon hier ziemlich punktgenau. Und die sollte natürlich wieder durchkaufen, damit das Bild hier aufgeht. Also, wie gesagt, wir haben einen Stundenschluss darüber. Wir haben jetzt auch noch 20 Minuten, von daher noch alles gut. Und du solltest du irgendwann mal da oben hin auch aufmachen und da jetzt nicht anfangen, irgendwie 15 Minuten drunter zu schließen. Das wäre nicht so gut. Also, der ist ein Takt der 15 Minuten aus meiner Sicht, weil auch nochmal aus Sicht der Markttechnik, das ist alles nichtsagend komplett. Wir bewegen uns innerhalb der letzten Aufwärtsbewegung, sowohl auf 15 als auf 30. Und da soll er jetzt halt nur gucken, dass er dabei bleibt und nicht unbedingt unten rausguckt. Und wenn er das macht, dann könnte man überlegen, hier oben dann nochmal irgendwie in der Long-Position dazu zu bauen. Also, das heißt hier, den Trade, den ich hier reduziert habe, oben dann auch nochmal ausbauen, wenn er es macht. Aber man sieht ja hier, das ist schon recht. Das ist nicht so nett, wie es sein sollte. Aber halt im Hinblick auf die H4 oder wenn man mal einen Timeframe höher geht, hier auf einer Stunde, da hat er natürlich noch Luft bis Ultimo da unten. Da kann er eigentlich machen, was er will. Also, auf einer Stunde jetzt müsste er sich auch mal langsam beeilen. Wobei, er kann natürlich auch auf einer Stunde hier unten schließen irgendwo, ja, und dann nochmal runterfallen und dann halt irgendwie zur 16-Uhr-Bewegung, also wenn die 4-Stunden-Kerze fertig wird, dann nach oben rausziehen. Das geht natürlich auch alles. Also, von daher, deswegen würde ich auch, wenn der jetzt echt hier runterkommt, würde ich da auch rausgehen. Ich setze dann auch mal hier ein Stück weit höher, damit der Rest dann nicht ganz auf Null rausgeht, wenn er da keine Lust zu hat. Aber das würde halt eben alles passen, also auch zur Verschachtelung jetzt eben von den Zeiteinheiten. Weil die 4-Stunden, das ist ganz klar mein Favorit. Und den Gedanken gebe ich auch erst auf, wenn die hier unter 200 schließt. Also, ja, da müsste er ja wirklich auch hin. Also, wir haben ja hier die letzte Aufwärtsbewegung. Aufwärtsbewegung, um die wirklich auch auszuhebeln, dann muss er da drunter. Also, um das halt wirklich nachhaltig nach Short zu drehen. Und das heißt, selbst wenn der jetzt hier 70 Punkte fällt, ist das Ding noch längst nicht Short. Noch längst nicht. Da müsste er halt nochmal hier in der letzten Abwärtsbewegung irgendwo stranden. Also, zumindest mal unter 240 schließen. Dann wäre hier die Aufwärtsbewegung in Gefahr. Aber solange das so nicht ist. Alles grün. Erstmal nicht. Du, ich habe noch eine Frage. Und zwar, der Frank hat das nochmal spezifiziert. Oft stelle ich die Skala fest mit F8. Dann kann ich die X-Achse selbst einstellen. Dirk macht das wahrscheinlich nicht. Achso, du kannst ja hier machen. Stereo-Trader, Skalierung. So ist die festgestellt. Das ist ja letzten Endes nichts anderes. Das meint er wahrscheinlich. Also, das Verhältnis X zu Y-Achse. Und wenn ich das hier ausschalte, dann kann ich das Ding skalieren, wie ich will. Genau das meint er. Ja. Das geht hier im Stereo-Trader einfach über F9-A4. Guck mal, dann hat er gleich einen Skalierungs-Button. Ansonsten noch. Oliver stellt die Frage, kann man am Start der Uhrzeit oben links, das ist die Market Watch, die hat mit dem Stereo-Trader weniger zu tun. Hast du so eine Timeline, wie lange die Candle noch läuft? Genau. Die ist hier drin. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann über die Bildschirmübertragung. Ach, sehe ich. Da läuft hier so ein Balken mit. Der läuft von links nach rechts. Ach, der Balken. Ah, den. Ach stimmt, den habe ich nicht gesehen. Die Uhrzeit schon, aber den Balken nicht. Ja. Das ist ein kleiner Balken. Und wenn der rechts angekommen ist, ist die Periode vorbei. Genau. Sieht man natürlich mit anderen Farben ein bisschen deutlicher. Wenn ich hier irgendwie auf, keine Ahnung, kann ich mal machen, hier jetzt, ups, gar nicht, die Kerzen im Auto behalten. Wenn ich jetzt hier als Beispiel dann halt irgendwie auf, da sowas gehe, ja gut, sieht man hier, ja, dann müsste ich das noch auf schwarz stellen. Kann ich mal machen, hier ein bisschen umspielen, ich habe gerade nichts zu tun. Und so sieht man es ein bisschen deutlicher, ne? Mhm. Ja. Der wandert jetzt hier einfach mit. Und sobald ich den Time-Frame wechsle, natürlich genauso irgendwie auf einer Minute geht er natürlich schneller. Und so habe ich das natürlich auch nochmal im Blick. So, aber bevor wir jetzt hier alle Augenkrebs kriegen, schalte ich das nochmal zurück. Na, wo ist er? So. So ist alles nochmal fein. So, ist natürlich jetzt hier, ja, kann man noch ein bisschen Theorie machen. Zu handeln gibt es jetzt hier aktuell ja, also zumindest für mich jetzt nichts. Ist ja auch mal eine Kunst zu sagen, ich halte mich zurück, weißt du, was ich meine? Ja, ja, das stimmt allerdings. Ja, das ist ja auch eine Kunst. Da müssen wir gleich mal ins Auditorium hier vielleicht ein bisschen appellieren. Weil ja in der Tat Aktionismus häufig das Gegenteil von dem bewirkt, was man damit erhofft. Also Performance, ne? Meistens ist da selektives Vorgehen viel, viel wichtiger und auch mal zu sagen, ne, ich halte mal die Füße still. Hast du eigentlich so einen fixen Profit auf Daily-Basis, wo du sagst, weiß ich nicht, jetzt hast du deine 100 oder 50 oder 200 Euro irgendwie eingesammelt? Oder hast du das in Punkten, wo du, weil du ja auch unterschiedliche Size da wählst, dann größer? Ähm, jein, also ich orientiere mich halt, also was jetzt zumindest diese Strategie angeht, ja nach dem, was da im Durchschnitt halt rauskommt am Tag. Und das darf man eigentlich gar keinem erzählen, der das nicht mitverfolgt, das glaubt eh keiner. Und wenn ich da halt so um den Average rum liege oder halt, wenn ich halt einfach deutlich drüber lege, dann sage ich natürlich auch, so, jetzt ist Feierabend, es kann halt einfach auch nur noch schlimmer werden jetzt, ja. Und, ähm, und ansonsten halt, ähm, also auch in die andere Richtung, also bei vier Losern am Tag ist, äh, Schluss, weil einfach halt, äh, das auch so die, das Maximum ist, ja. Also was, was das bisher halt zutage gebracht hat. Und, ähm, ich handle ja auch nicht jetzt nur diese Strategie, aber, ähm, sondern eben auch, äh, andere Geschichten. Und, äh, zu dem anderen Punkt von vorhin, wo du gesagt hast, hier von, von wegen Aktionismus, ja, äh, bin ich ganz ehrlich, also ich brauche zwei Konten, ja. Also, weil ich halt auch manchmal die bekloppte Idee habe, ähm, halt der Sache vorzugreifen und das geht dann auch regelmäßig in die Hose. Und, äh, weil im Endeffekt, ja, habe ich mit, mit, mit der Strategie, die hier zugrunde liegt, komme ich auf vier Trades am Tag und nicht mehr. Ja, und das heißt, wenn man das ja mal auseinanderdröselt, ich habe vielleicht einen morgens um, also es sind maximal vier am Tag, dann ist es einer morgens um acht, dann vielleicht noch einer mit der Eröffnung zwischen neun und zehn, äh, dann noch einen vielleicht mit der Markteröffnung zum, äh, zum US-Markt und eigentlich war es das dann schon bis auf eine Ausnahme, ja. Und alles dazwischen, ähm, kann man ja machen, ja, also so von wegen Skyping oder weiß der Kuckuck was halt alles versuchen, aber, ähm, eigentlich nicht gesund, wenn man halt eine Strategie hat, die funktioniert, sollte man zumindest da nicht reinfischen, äh, reinfuschen. Dann ist es echt besser, da irgendwie separate Konten zu machen, irgendwie mit kleinerem Kapital, wenn man meint, man muss mal irgendwie Blödsinn ausprobieren, versaut sich aber damit eben auch, aber auf der anderen Seite eben nicht das, was man eigentlich macht. Also von daher kann ich das auch absolut nachvollziehen. Jetzt bist du ganz verstummt. Das Wort zum Sonntag hätte ich fast gesagt. Ich wollte dich ja in deinen Ausführungen nicht unterbrechen, Dirk. Das mache ich ja ab und zu hin und wieder eh, deswegen, äh, war das ja jetzt auch wichtig, dir die Bühnen zu lassen, so will ich es mal beschreiben, ne? Also von daher, das ist... Irgendwie aber auf den Trade bezogen hier noch rein skalieren? Ja, würde ich schon gerne, ne? Also dazu muss er aber halt hier oben nochmal drüber. Das heißt, können wir es mal auf fünf Minuten angucken. Wobei das schon, das kann natürlich jetzt beides werden, ne? Entweder geht er jetzt oben raus oder da unten raus. Also eine Richtung wird es werden, das liegt schon so ein bisschen auf der Hand. Ich ziehe den Stopp hier auch mal eine Runde näher, weil er muss nicht mehr da unbedingt da unten hin. Und wenn doch, dann muss er mal gucken, was er da damit macht. Weil ansonsten, wenn er direkt hier jetzt oben raus geht... Hier am Anfang von der letzten Aufwärtsbewegung, das wird dann nicht mehr schön. Also das wird dann unsauber. Zumindest, wenn er jetzt hier drunter geht. Sagt dann Erfahrungswert. Ja, weil das ist halt so der typische Stopp-Fisher, ne? Da wären wir eigentlich bei der Frage von vorhin. Macht es Sinn, da unten nochmal reinzugehen? Ja, wenn wir da irgendwie um zehn vor da unten stehen oder irgendwie kurz vor fünf, vor drei, dann könnte es Sinn machen. Aber jetzt hier festzuhalten und mir die Schweinerei anzugucken, brauche ich nicht. Das ist Quatsch. Weil er hat ja hier schon den Anfang schon getestet. Warum soll er das jetzt nochmal machen, ja? Also das gibt überhaupt gar keinen Sinn. Selbst wenn er dann hochgeht, aber ist eine Sache, die gefällt mir dann nicht mehr. Dann würde ich eher versuchen, tatsächlich hier unten den nochmal einzufangen. Kann natürlich auch sagen, okay, ich bin ja jetzt hier noch irgendwie mit drei Kontrakten long. Ich könnte auch hier zum Beispiel nur ein Teil rausnehmen. Ja, das ist ja halt auch das Schöne hier an der Skaliererei. Das heißt, machen wir das nochmal. So, hier kommt jetzt ein Teil-Exit hin. Ja, wenn er da nochmal hinkommt, dann ist die Hälfte von der Position raus. Und die kann ich natürlich auch hier unten wieder reingeben. So, und dann kann ich mir in Ruhe angucken, was passiert. Werd aber nicht ganz abgefischt, falls er jetzt hier irgend so eine kleine Schweinerei halt macht. Kann man natürlich auch, weil ich bin ja ohnehin, habe ich ja vorhin erwähnt, ich habe sowieso hier mit dem Trade jetzt hier auch ein Plus. Also punktemäßig auch tief im Plus hier mit umgerechnet, lege ich hier 25 Punkte vorne. Und von daher ist das alles nicht schlimm. Also rechnen das hier auch oben jetzt, auf die verbleibende Positionsgröße, wie viel ich da eigentlich rechnerisch im Plus liege. Und das hat eben auch immer so ein bisschen im Blick gehabt. Und heute realisiert, sieht man ja hier auch 60 Punkte jetzt insgesamt. Also mit allen Positionen zusammen. Das ist schon mal anständig, dass du das natürlich auch immer da schön aufgelistet kriegst. Führst du da so Daily-Auswertung, was mich gleich zu der einen Frage führt. Neben den Webinaren, wo du dein Wissen weitergibst, der Frank fragt, ob du auch ein Service oder Signal oder irgendwas hast, weil auf Facebook selber ist der nicht. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich verkaufe weder Signale, noch irgendwie gebe ich Seminare, noch Mitgliedschaften. Du hast nur das Tool, die Plattform. Ja, also darum geht es mir halt hauptsächlich. Also das ist halt eben, ich zeige halt zum Beispiel mit der Gruppe ja eben auch, wie kann man halt verschiedene Sachen entsprechend auch umsetzen. jetzt mal ein bisschen geschickter, als jetzt irgendwie hier rein und da raus. Und sowas versuche ich dann halt eher immer zu zeigen. Also das ist halt einfach, die Leute dann auch so ein bisschen sehen, ah, so geht das und so geht das, weil es natürlich in der Praxis immer alles nochmal was anderes ist, wie wenn man es nur in der Theorie erklärt. Und nee, aber tatsächlich keine Signale. Ich gebe auch keine Coachings. Also nichts von alledem. Nichts von alledem. Ja, das ist mir auch mal nicht verkehrt. Ja, eigentlich ist es, also es wurde schon gesagt, ich sei viel zu großzügig, was das angeht. Und es ist ja auch so, ja. Also ich meine, es ist ja, wenn jemand einen Mehrwert davon hat, spricht ja auch eigentlich nichts dagegen. Also ich schließe auch nicht aus, dass ich das irgendwann mal erweitere. Aber momentan ist es tatsächlich nicht so. Der Lars fragt, aber das kann ich denke ich auch behaupten, ist die Implementierung des Deo-Traders in den MT4 kostenlos? Soweit ja, weil es fallen wirklich nur die Lizenzgebühren an Lars. Du wirst dich dann registrieren und wirst das freigeschaltet bekommen, dass du lädst ja praktisch die Software, das Template sozusagen rein oder das Frontend vielmehr. Und wenn du den Lizenzcode hast zur Freigabe, beziehungsweise du dann beim Dirk entsprechend freigeschaltet bist, dann kannst du damit arbeiten. Ansonsten würde die Meldung kommen wohl, du müsstest dich freischalten lassen. Weitere Kosten gibt es als solches nicht, stimmt's Dirk? Jo, nö, keiner. Also es sei denn, man hat jetzt irgendwelche Zusatzpakete noch. Also es gibt ja halt die eine oder andere Strategie, die eben auf dem Steer-Trader abgestellt ist. Und da kommen ja auch gerade noch mal einige dazu. Aber einen haben wir ja vorhin schon genannt, Thorsten Helwig mit EuroPro und Daupro ist auf dem Steer-Trader abgebildet. Das sind natürlich dann Kosten on top, wenn man das halt haben will. Und das sieht man dann eben über den jeweiligen Anbieter. Oder eben die Sportstrategie von Oliver Schwab. Das ist ein Open-Range-Breakout für DAX, Bund und Forex und so weiter. Und das kommt dann on top. Aber jetzt rein halt so vom Steer-Trader, inklusive der diversen Add-ons, die es dafür gibt, und das ist mit der Lizenz halt abgegolten. Aber hier sieht man ganz schön, er hat sich ganz nett daran gehalten. Das war schon einen Tick genau da unten. Das hat er wohl auch eingesehen. Keinen Sinn mehr macht, da runter zu gehen. Also wenn das sauber laufen soll, zumindest nicht. Nicht ganz ohne an dieser Stelle. Ja, aber war ja dann halt auch richtig, da jetzt erstmal halt den hinzusetzen, weil das wäre halt einfach nur unsauber. Das muss jetzt nicht sein. So, dann gucken wir uns das mal auf fünf Minuten an. Könnte sein, dass er da oben rausknallt. So, ich würde da mal noch eine Long Order da oben reinsetzen. Jetzt auch hier mit einem Stundenimpuls könnte das funktionieren. Wenn nicht, werfe ich die eben gleich wieder raus. Weil das ist ja dann nur eine Pyramide, verschlechtert natürlich meine Gesamtposition, falls es nicht läuft. Aber bis auf der anderen Seite war klar eine Chance, dass das da oben rausgeht. Und wenn man jetzt zum Beispiel halt mal, also das sind so Sachen, wo ich sage, okay, da bin ich bei Diagonal dann auch mal dabei. Weil wenn man sich das hier mal anguckt, ja, und das ist halt so ein typischer Keil oder so eine verkappte Flagge einfach an der Stelle. Oder ich mache mal hier das raus. So, aber eben aber auch vor dem Hintergrund, ja. Also das ist so eine Sache, wenn die Solo da stehen würde, unterschreibe ich die nicht. Aber wenn wir jetzt hier tatsächlich kurz vor der fertigen Stunde sind, ja, und die letzte Stunde hat oberhalb hier von dieser Linie geschlossen und dann liegt eben auf der Hand einfach, wenn man das mal so ansetzt, dass Trends ja eher verteidigt werden, als dass sie gebrochen werden, dann liegt es ja schon eher auf der Hand, dass er da versucht, auch nochmal da oben drüber auch zu schließen und nicht unbedingt einen tieferen Schlusskurs hier zu erzeugen. Und in Folge dessen wäre das halt hier dann schon so eine Bewegung, die wird halt schon Sinn machen. Kann man auch hier ein bisschen tiefer ziehen, wenn er da nochmal hochgehen würde. So, und deckt sich aber dann eben tatsächlich dann halt hier mit so einem Gebilde eben dann halt hier in der Diagonalen. Also da, das kann schon aufgehen. So, aber wie gesagt, die alleine, unabhängig davon, was jetzt irgendwie, welchen Timeframe wir da unterwegs sind, würde ich die eher nicht beachten. Weil er auch vorhin die Frage, was heute Morgen ja dann kam, so von wegen, dann halt entsprechend, wie ich zu Diagonalen stehe oder halt beziehungsweise, warum ich bei mir im Chart keine Diagonalen habe. Und ich glaube, das wäre dann halt auch erklärt an der Stelle. Also weil es halt immer, also sei es jetzt irgendwie Flaggen, die gebrochen werden oder sonstige Formationen, solange es nicht in meinen Kontext passt, gebe ich da auch nichts drauf. Mein Kontext ist jetzt hier aktuell noch long. Solange wir uns eben, wie gesagt, in der Kerze bewegen und deswegen könnte das hier entsprechend Sinn machen, da eben halt auch mal diagonal zu denken. So, jetzt kommt es aber hier eben auch drauf an. Was passiert jetzt natürlich hier mit dem Stundenimpuls? Kriegen wir überhaupt einen? Ja, also die Stunde sieht man jetzt hier so ein bisschen nochmal auf der rechten Seite. Dort habe ich ja die Stundenkerze, die schwebt hier so über dem Pivot. Das scheint dann wohl so im Interesse von einigen Marktteilnehmern zu sein, dass wir halt über dem Pivot schließen. Und wenn das so ist, dann ist es eben gut denkbar, dass direkt die nächste Bewegung auch wieder hier über diese Linie geht. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nicht zwingend einen Abschluss obendrüber, sondern würde eben auch reichen. Also genau mit der Betrachtung, wie ich es vorhin erklärt habe, von wegen Innenstab, aus Sicht der Markttechnik, ist das hier nochmal genau das Gleiche. Also da ist nichts passiert. Also sowohl das High von der Stundenkerze ist halt hier, hat kein neues Hoch ausgebildet, kein neues Tief und schwebt halt hier einfach komplett in der letzten Stunde. Von daher hat das auch gar keine Aussagekraft, so ob es jetzt irgendwie tendenziell weiter nach oben oder nach unten geht, sondern nur die hat momentan was zu sagen und die ist halt long. Wir hatten einen höheren Schlusskurs, höheres Hoch, kein tieferes Tief. Und von daher ist das ein Takt, auch wenn der jetzt hier unter der Orangen schließt. Dirk? Bitte? Hast du auch so, also was ich zum Beispiel bei mir verwende, ich weiß gar nicht, ob das das Dero auch hat, wo du so sagst, was ist die durchschnittliche Schwankungsbreite? Also dass du weißt, wie viele Punkte machten der eigentlich am Tag während der letzten 10 Tage, 20, 30, weiß ich nicht. Hat der Stereoträder so ein Tool auch drin? Ja, hat er. Ja, und zwar heißt das Ding, ATRX, das findet man hier bei Tools. Okay. Einfach auf den Chart klicken und dann zeigt er das unten an. Ich mach das mal hier ein bisschen schmäler, da sieht man ein bisschen mehr. Mhm. So, und das ist die, also letzten Endes einfach nur die ATR, ja. Und hier sieht man auch, das ist der Average. Ah. Das ist ein 200er Durchschnitt auf die ATR. Und da sieht man eigentlich ganz schön, wie der schwankt. Also jetzt hier in 5 Minuten sieht es halt eben so aus. Und da weiß ich halt eben auch zum Beispiel hier 7 Punkte, wo ich ja vorher noch gesagt habe, 5 Minuten Kerze, 7 Punkte, 7,14 sind es genau. Und das ist der aktuelle Schnitt jetzt von heute, die eine 5-Minuten-Kerze eben macht. Und genauso kann man das natürlich dann entsprechend auf Stundenkerzen stellen. Da sieht man auch immer schön die Zyklen, wo halt wohler ist und wo nicht. Und die legt eben dann halt im Durchschnitt bei, ja, wo sind wir hier? 23 Punkten. Mhm. Ja. Sehr gut. Ja, finde ich halt auch hilfreich, ne. Weil wenn das Ding wie hier zum Beispiel, wenn die grau werden, dann weiß ich, alles klar, macht gar keinen Sinn mehr, an dem Timeframe noch irgendwas zu machen. Mhm. Weil sowieso nichts passiert. Also von daher. Na, guter Punkt. Hat mich auch nicht gewundert, dass du das Tool, habe ich es aber noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen musste ich mal nachfragen, was das angeht. Ja, und du hast halt hier, du kannst halt hier einfach einstellen, hier die ATR, die du halt messen möchtest. Ist hier eingestellt mit 14. Steht auch hier aktuell bei 13,32. Das ist immer der aktuelle Wert von der aktuellen fertigen Kerze. Und hier halt eben der Durchschnitt, den du drüberlegen kannst. Und wenn er halt drüber geht, ist halt blau und drunter ist halt eben dann grau dargestellt. Ich finde es halt ganz, ganz hilfreich eben entsprechend, um zu sehen, lohnt sich das überhaupt. Absolut. So, jetzt klemmt er hier so ein bisschen fest. Was macht denn der Dow eigentlich? Der hat doch vorhin hier noch eine Rakete gezündet. Der will ein neues ATH machen, so wie das aussieht. Unser lieber Dow. Der dreht auch völlig am Rad. Der Dow Jones. Ja. Aber der ist halt nicht kaputt zu kriegen. Ja gut, das ist, das haben wir den Notenbanken sei Dank, haben wir ja sozusagen keinen Liquiditätsmangel. Aber in die Assets spult es ja weiter fleißig rein. Wobei man natürlich sagen muss, fundamental, man merkt schon, dass die Zinslandschaft verändert sich doch. Also ich glaube nicht, dass die nächsten fünf Jahre ähnlich bleiben, wie wir die letzten fünf Jahre erlebt haben. Aber lasst uns nicht im fundamentalen Details verlieren. Sagt die grauen Striche, die ich da beim Dow Jones sehe, das sind so vom Algo selbst definierte Resistance Support Levels, oder? Ne, das sind einfach nur die hunderte Marken. Die werden automatisch eingeblendet. Ah, weil, also das sieht hier relativ punktuell aus. Ah, das sind die hunderte Marken, okay. Genau, hier halt auch. Also hier kann man einfach auch ein- und ausschalten, hier auf RM, Round Marks, Runde Marken. Und das ist halt eben das Nette, ne? Weil ich muss mein Bildschirm nicht zuklatschen mit Linien oder wenn ich gerade was nicht brauche, blende es einfach aus. Und die wichtigen Sachen werden sowieso angezeigt automatisch. Also hier entsprechend hier die Symbollinien, Kassafschluss, Kasseeröffnung, Vortag und so weiter und so fort. Und eben alles auf Knopfdruck. Und so habe ich halt immer ein aufgeräumtes Bild. So, jetzt muss ich ja hier mal gucken. Stundenimpuls, kriegen wir den jetzt? Oder kriegen wir den nicht? Nebenbei, die Stunde ist ja gleich rum. Handelst du auch Aktien, Dirk? Ist eine Frage von der Teilnehmerin? Nee. Gar nicht? Gar nichts. Bin ich nicht. Keine Aktien. Ist rein Index verliebt, unser Dirk. Ja, was heißt verliebt? Also ich sage mal, ich kann halt sonst nichts. Wenn wir das weisen, ist ja schon mal gut, dass du das eingrenzt. Weil viele Personen alleskönner zu sein und da scheitert es in der Regel eben, weißt du? Ja, also auch so Diversifikationen und so, das ist halt überhaupt nicht meins. Also ich kann halt nur DAX. Und ab und zu verstehe ich auch mal den Euro. Und da gibt es ja auch ein lustiges Video dazu bei YouTube, wo ich mal eben so mit einem Setup mal kurz eine Challenge gewonnen habe mit dem Euro. Und wo ich dann irgendwie 100% am Tag gemacht habe. Aber handel ich auch eher selten. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier. Also er geht hier durch. Das wäre jetzt der Impuls, auf den ich ja auch gesetzt habe. Das heißt, die ist jetzt direkt hier ins Plus gelaufen, die Pyramide. Muss jetzt natürlich nach oben weiterlaufen, das Ding, wenn das was werden soll. Ansonsten nehme ich die aber auch relativ schnell wieder raus. Also wenn das jetzt hier nichts wird, würde ich die hier wieder rauskicken. So, und die andere machen wir weg. Dann war es halt eben nur ein netter Versuch. Beziehungsweise hier mal so ein bisschen unter die Kerze hier. So, und jetzt sieht man ja auch wieder, ich bin hier einfach im Average jetzt unterwegs. Also im Durchschnitt, das ist mein Break-Even. Der ist jetzt ein bisschen nach oben gewandert, wegen der Pyramide. Der war ja vorher ein bisschen tiefer. Und hier ist nach wie vor alles mitgerechnet. Ja, also jetzt auch mit der Pyramide. Das heißt, der zeigt mir hier auch nichts Rotes an, weil ja eben das ganze Ding halt auch ein Plus ist. Und von daher, und wenn ich da halt zum Beispiel einzeln drauf zugreifen will, kriege ich die hier drüber einfach. Im Tooltip wird es direkt angezeigt. Hier die einzelne Position. Kann aber auch hier, wenn ich die anklicke, habe ich die halt auch nochmal im Einzelzugriff. Ja, und das ist nichts anderes als das, was entsprechend auch beim Meta-Trader unten im Terminal halt steht. Also dann die Einzelposition. Interessiert mich aber ja nicht wirklich, weil das ist für mich ja hier eine zusammenhängende Geschichte. So, wenn der jetzt da oben durchgehen sollte, wäre natürlich die nächste Überlegung, hier direkt wieder die nächste auch reinzugeben. Gucken, nur nicht hier übertreiben, damit der Average, der Break-Even nicht so hoch wandert. Das ist die Style, wo du da oben nochmal einstellst. Das wäre jetzt ein halbes CFD, oder? Genau, richtig. Und bin jetzt insgesamt mit viereinhalb Kontrakten hier unterwegs, long. Und das heißt, dass die Nummer dazu kommt, wäre ich dann halt bei 5. So, sollte aber ein bisschen zügiger hier durchgehen. Aber das wäre dann auf jeden Fall eine Geschichte. Das macht halt Sinn, ne? Also weil jetzt hier einfach, ich habe es gerade erklärt, ich glaube, da warst du gerade nicht da. Das hier ist nur ein Innenstab, der hat nichts zu melden. Ich befinde mich gedanklich immer noch in der Aufwärtsbewegung hier. Nur muss er die natürlich auch irgendwann mal fortsetzen. Also wenn das halt irgendwie weiterhin was werden soll. Und vor allen Dingen, wir sind jetzt im letzten Abschnitt der 4-Stunden-Kerze, womit ich wieder bei meinem Bild hier unten bin. Und die hätte ich am liebsten gerne hier oben, ne? Also bei 400. Das ist natürlich ein bisschen sportlich gedacht. Aber es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Und das kann schon sein. Das hatte ich heute Morgen auch schon gesagt und geschrieben. Das hat für mich extremes Crease-Potenzial hier oben alles. Und das alte Low war irgendwie bei 315, 318. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo wieder ganz viele irgendwie shorten werden. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir da halt auch mal hinlaufen, dass wir das mal angucken. Und wenn da halt nicht genug an Positionen dann dort unterwegs ist, dann sollte der da eigentlich auch relativ zügig durchlaufen. Also das ist deswegen, und das deckt sich halt eben entsprechend mit dieser Abwärtsbewegung. Wenn er das macht, und dann kann man, wenn man sich natürlich hier eindecken, das ist natürlich auch so ein Gedanke, wenn ich mich hier eindecke, hier bei 297, 300, wo wir jetzt sind, und der läuft jetzt 20 Punkte hoch, dann kann ich mir das natürlich auch relativ gemütlich angucken, was da oben passiert. Man muss da gar nicht irgendwie in Aktion verfallen. Und das hier oben, der Bereich, 325 wäre das Maximum. Also was heißt das Maximum? Das wäre jetzt mal der erste Übertreibungspunkt. 5215, wo die jetzt herkommen, muss ich jetzt selber auch mal überlegen. Hier oben auf jeden Fall die gestrichelte. Das ist einfach nur eine Fibo vom Freitag, also von der Freitagskerze. Und was auch die gestrichelten hier sind, das deckt sich nämlich alles miteinander. Und das wäre dann jetzt, da die ja auch alle reagiert haben, wäre das jetzt halt auch ein möglicher Punkt. Ich mache jetzt aber hier auch mal nochmal die Vortages-Fibos an. So, da bin ich hier auch. Das ist auch noch eine Fibo von gestern. Also die 161 von gestern wäre das ebenfalls. Fibo-Punkte. Kommt auch nur einer da oben zusammen. Ja, da kommt schon ein bisschen was zusammen hier oben. Das heißt, da gibt es mehrere Gründe, Schwarz zu gehen hier oben. Und daher dürfte da auch einiges liegen. Jetzt ohne Orderbuch. Vielleicht hat das ja einer von den Teilnehmern hier im Blick. Vielleicht kann das ja mal jemand abgleichen. Wäre ja mal ganz interessant, ob das jemand erkennen kann, was da oben, ob da jetzt halt überhaupt auf die Distanz was erkennbar ist da oben. Aber würde mich nicht wundern, wenn da oben einiges liegt. Pakete liegen sozusagen zum Abholen. Genau. Und wenn die natürlich, wenn da halt viele Pakete liegen, ja, und die werden durchgekauft, dann gibt es natürlich eine kleine Explosion nach oben. Aber zumindest mal, das ist ja halt auch so die Denke dabei. Ich habe heute Morgen auch schon mal gesagt, Orders liegen ja nicht irgendwo. Also die, die die Orders reinpacken, die machen sich ja auch Gedanken, wo legen sie sie hin. Und dass die Bereiche dann angelaufen werden, das ist dann halt auch immer relativ wahrscheinlich, weil hier ist auf jeden Fall Volumen zu erwarten, wenn er da hinkommt. Kann ja auch sein, dass er jetzt hier trotzdem keine Lust hat und jetzt einfach wieder nach unten abkippt. Ist ja alles möglich. Und aber das wäre dann halt auf jeden Fall zu erwarten, dass dann da oben entsprechend auch was passiert, weil eben halt, da kommen die Pivot-Händler, da kommen die Vortages-Fibo-Händler, da kommen die Freitags-Fibo-Händler und so weiter, die kommen da alle zusammen. Und die, die dann auch einfach nur in den Chart gucken und sehen, oh, da war ja halt irgendwie mein altes Low. Kann ich mir hier mal zeigen. Wo sind wir da? Genau, das ist nämlich der Bereich hier. Im Future muss man einfach ein bisschen was dazu addieren. Aber dann kommt das schon in etwa hin. 315, glaube ich, war das. Ich kann ja hier mal gucken, ob ich das hier ein bisschen oder hier auch im Stundenchart ein bisschen deutlicher sehe. So, jetzt kommt der, weil hier schon wieder nach unten reagiert. Es gibt hier gerade Feuer von Heinz. Hans-Jörg sagt ja, im Odebuch sieht man hier nur die Limit-Oders. Das ist korrekt, aber Heinz schreibt gerade, dass da 24 Kontrakte bei 300 im Ask liegen. Ja, also ein Blick auf den Future gehabt, der hier. Bei 300? Mhm. Okay. So, ich habe jetzt hier die kleine oben nochmal rausgenommen. Der kommt mir ein bisschen zu stramm hier runter. Also, die oberste Pyramide, die habe ich jetzt nochmal rausgeworfen. Hier mal die Reaktion ist ein bisschen zu deutlich. Beziehungsweise, ich habe jetzt einfach nur nicht die oberste, sondern ich habe jetzt einfach hier bei 0,5 habe ich nochmal auf Verkaufen gedrückt und die werden jetzt hier einfach nur verrechnet. Und ich stehe jetzt hier auf FIFO, schätze ich mal. Das heißt, das hätte er nämlich die oberste rausgenommen. Ich kann das hier umstellen auf LIFO. Also, Slash in, Slash out. Ah, genau. Genau. Und dann wäre die halt rausgegangen. So, jetzt hat er halt einfach von unten gerechnet. Ich bin normalerweise, ich habe es nur vergessen umzustellen, immer im LIFO unterwegs, weil dann mein Break-Even nicht wandert. Also, beziehungsweise, er kommt immer wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Das ist ja gerade beim Pyramidisieren. Hat man da mit ein bisschen besserem Überblick dann eben auch. So, wo wollte ich kommen? Gucken, genau. Hier, wo war das Low, das Alte? Wo sind wir denn da? Ein bisschen mehr zusammenschrauben. Ja, genau. Hier so in dem Bereich. Wo sind wir da? Bei 310, das eine, 315 dann etwa. Und das andere. Genau. Und das deckelt sich natürlich alles da oben mit der Geschichte. So, aber nutzt nichts, wenn er es nicht macht. Er zögert noch ein bisschen. Aber er ist auch. Ja. Da jetzt die Amerikaner ja mit dazukommen. Auch so langsam. Oh, haben wir News? News oder ist das hier nur gerade? Hier ist gerade wilde Action. Also zumindest, wie gesagt, auch Euro hat sich stark bewegt. News technisch selbst, so vom Zeit, vom Timeframe her eigentlich, da gab es jetzt nur 15 Uhr Immobiliendaten aus den USA. Ja, aber schnippt schon ganz anständig. Aber die sind ja auch schon seit 8 Minuten rum im Endeffekt. 16 Uhr, Verbrauchervertrauen, das wird nochmal wichtig sein. Aber der Euro ist auch gut abgegangen in dem Kontext. So, ich habe bis hier den Stop gerade mal näher gezogen. Also, nur weil ich jetzt gesehen habe, okay, wackelt hier alles so ein bisschen, bevor der irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer dann da runterfällt. Muss ich das hier nicht unbedingt mitfinanzieren. So. Aber den würde ich gleich wieder wegbewegen, dann lieber was von den Pyramiden hier raustun. Wenn der jetzt halt hier nicht endlich mal in die Pötte kommt. Aber halt die 30 Minuten Kerze, hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja, da passiert ja richtig was, ne? Geht ja richtig hoch und runter hier. Die hat halt schon noch ein bisschen Zeit. Das wird natürlich dann jetzt anschließend die Eröffnungskerze vom US-Markt. Aber den DAO, den habe ich hier markiert. Auch so eine, ist natürlich schon so ein bisschen Gewohnheit. Bei den soll man jetzt schon ein bisschen im Auge behalten, weil ich, die typische Reaktion wäre ja eigentlich eher dann auch wiederum, wenn der mit dem Gap aufmacht, also aus Sicht vom US-Kassamarkt. Ein Gap ist eindeutig kein Short-Signal, sondern das Gegenteil. Und dann sollte der ja auch eigentlich, also zumindest der DAO, nochmal nach oben reagieren und nicht nach unten. Und falls er es nach unten macht, dann kann nach oben nicht mehr lange dauern. Also das wäre jetzt halt eigentlich doch recht typisch. Also ergibt ja auch Sinn, ja? Also ein Gap ist ja nichts anderes als der unsichtbare Teil einer Kerze, in welche Richtung auch immer. Und von daher wäre das schon eher normal. Aber das hier, das dauert mir zu lange. Ich schmeiße die Pyramide nochmal raus. So, und dann gucken wir lieber hier noch ein bisschen entspannt zu, bevor da noch was irgendwie verrutscht. Dann kann der hier noch ein bisschen rumwackeln jetzt. Würde die aber trotzdem nachher wieder oben drauf geben. Also das ist natürlich der Vorteil, klar, wenn man halt, wie eben, dann halt eben nur Parteiverkäufe gemacht hat. Und dann kann man natürlich ein bisschen entspannter hier mit den Pyramiden dann halt rummachen. Also auch wenn die jetzt hier irgendwie 3,50 Euro gekostet hat, mehr war es auch, glaube ich, wirklich nicht. Und dann macht das ja nichts, weil ich kann es ja nicht erzwingen, dass der da oben rausläuft. Ist ja nur eine Idee. Und dann wäre es ja eine schöne Pyramide gewesen im Endeffekt. Ja, klar. Eben. Ist ja auch die Kunst, in eine Bewegung rein zu pyramidisieren, ne? Ja, also ist ja heute schon ein paar Mal gelungen, ne? Also heute Morgen ja auch, das war ja auch direkt eine Pyramide in dem Ausbruch nach 10 Uhr. Eine Verdopplung. Gut, das war aber auch nur insgesamt jetzt auch nur eine Teilposition. Aber hier, das wäre halt so bei 7 Euro pro Punkt so das Maximum. Und ich bin jetzt hier mit 3, also das ist alles entspannt. Trotz allem. Aber die kann man natürlich ausbauen. Theoretisch. Würde ich auch nochmal machen. Also wenn ich jetzt nochmal da hochgebe, will ich auf jeden Fall nochmal rein. Also ganz klar. Weil dafür ist mir die Idee dann doch irgendwie zu verlockend, als dass es da oben nicht funktionieren sollte. Beziehungsweise dass es nicht mal zumindest versuchen sollte, ja. Also den Bereich da oben anzulaufen. Ich habe nur eine Frage vom Hans, die war schon länger drin. Ich muss jetzt nochmal beim Durchscrollen rauschecken. Also mehrere Fragen wieder. Aber zum einen, kann man im Stereotrader, wenn man die Plattform wechselt, die Einstellung vom Stereotrader in die neue Plattform übertragen? Wie meinst du das mit Plattform wechseln? Hans, also der Metatrader ist ja die Plattform. Und das der und der? Er meint wahrscheinlich die Computer, die Computerplattform. Ah, okay, dann shoot. Ja, also manuell, ja. Also es gibt einen Ordner, wo die ganzen Settings drin sind, die kann man einfach kopieren, ja. Das geht. Gut, das kann ich schon. Also generell findet man den Ordner, ich kann es ja kurz zeigen, solange hier nichts passiert. Hier einfach open auf Data Folder und dann gibt es ja halt hier einen Ordner, der heißt MQL4 und da gibt es einen Ordner Files und dort gibt es einen, der heißt STMT4. Und dort findet man eben alles. Also am besten einfach den ganzen Ordner dann rüber kopieren auf das nächste System und dann sollte eigentlich auch alles da sein. Sehr gut, da hast du mir auch schon geholfen. Sehr, sehr gut. Frage auch nochmal vom Oliver, der ist heute auch recht aktiv hier. Welche Timeframe oder welches Timeframe ist denn für dich das Interessanteste? Also welchem schenkst du am meisten Aufmerksamkeit? Klar, es ist immer ein Multi-Timeframe, aber so vom Trading her? Vier Stunden. Das ist das 9 plus Ultra, weil dort einfach die größten Bewegungen sind. Also wir haben ja zum Beispiel, ich meine, das weiß ja jeder bei, mit dem US-Markt kommt meistens Bewegung rein und da kann man natürlich die Frage äußern, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Weil ja halt eben auch, es liegt klar, daran 15.30 Uhr macht der Markt auf, um 16 Uhr endet aber auch die 4-Stunden-Kerze. Und wie ich ja auch vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, es ist halt immer am Anfang und am Ende von der Periode habe ich halt die größten Bewegungen, also auch die größten Umsätze. Und das deckt sich dann halt einfach auch. Und nichts anderes passiert eigentlich um 16 Uhr, da wird die 4-Stunden-Kerze fertig. Zufälligerweise dann mit dem US-Markt. Wie passend, wie passend. Naja, nie dafür gemacht, ne? Als hätte sich da mal jemand Gedanken darüber gemacht, könnte man gleich annehmen. Es ist ja auch nicht ganz auszuschließen, also dass es halt irgendwie zusammenhängt. Aber auf jeden Fall nur der 4-Stunden, das ist halt für mich auch wichtig, nur der vom Future. Also jetzt hier Overnight 4-Stunden funktioniert nicht, der sieht ja auch völlig anders aus. Also wenn ich jetzt hier auf 4-Stunden schalte, habe ich völlig andere, habe ich die bei euch? Weiß ich jetzt gar nicht auf Anhieb. Ach, stimmt. Aber andere Kerzen sind es auch, ne? Also hier ist jetzt die Overnight 4-Stunden-Indikation. Da sehe ich zum Beispiel so eine ultra-longe 4-Stunden-Kerze. Die habe ich hier gar nicht. Und das liegt einfach daran, weil halt hier, weil die zu anderen Zeiten beginnt. Also die beginnt, also jetzt hier mal nach Serverzeit um 8 Uhr, stimmt aber nicht. Sondern das ist dann wahrscheinlich 9 Uhr oder sogar 10 Uhr. Und hier, die beginnt im 4-Stunden-Chart um 7 Uhr. Ja, genau. Die ist halt eine Stunde zu spät. Und das liegt einfach daran, weil halt hier 24 Stunden gerechnet wird und der Future aber nur 14 Stunden läuft. Und das ist halt einfach der Grund. Und deswegen beachte ich die 4-Stunden-Kerzen aus dem Overnight gar nichts. Also damit komme ich nicht weiter. Weil vor allen Dingen, ich meine, das ist CFD. Und gesteuert wird der Markt aber nicht von CFD, sondern vom Future-Handel. Sehr richtig, das auch zu erwähnen. Da hatten wir auch mal ein Webinar zu, was der Unterschied zwischen Future und CFD ist. Weil du ja im Endeffekt ein Underlying auf den DAX mehr oder weniger handelst. Aber das ist ja mehr so ein, das CFD-DAX ist ja so ein Mixkonstrukt aus mehreren Kontrakten. Und wie auch immer sich dann der Liquiditätsanbieter oder Marketmaker eben da positioniert mit seinem CFD. Aber letztlich ist das natürlich immer wieder nur eine Ableitung. Und es ist natürlich ein Urglaube zu glauben, dass der Xetra-DAX genau den gleichen Cetra-Stand hat wie der Xetra CFD. Zum Beispiel, man mit Cetra ja selbst gar nicht handeln kann. Das ist lediglich die Indikation aller Aktien. Aber wie gesagt, das war mal ein umfangreiches Thema. Da haben wir auch ein Webinar zu gemacht, wo da die Unterschiede liegen. Weil es eben immer wieder Diskussionen gab, warum ist der Preis nicht identisch sozusagen. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo lagen wir vorhin hier. Das war hier vorhin der Punkt, wo ich gesagt habe, ich gebe einen Teil raus hier unten. Da kommen wir jetzt gerade schon wieder hin. Bisschen nervig hier langsam, ne? Ja, das hat der Markt ja manchmal so an sich. Ja, fällt dann wieder 15 Punkte runter. Auch nicht gerade so wenig, also für die Uhrzeit. Auf eine Minute gucken, was da so los ist. Also hier oben sieht man jetzt auch, ne? Hier oben in der Titelzeile, wo halt momentan der Trade halt steht. Das hat man hier halt auch immer nochmal zusätzlich im Überblick. So, aber da macht er irgendwie komische Bewegungen hier. Irgendwie gefällt mir das nicht, was der da macht. Der will unbedingt da unten ein neues Tief machen. So wie das aussieht. Kaum gesagt, schon passiert. Aber richtig schnell. Hätte ich nichts gesagt, hätte ich ihn schon rausgetan. Ja, das ist halt der Nachteil. Eine kleine Vorratkette. Ja, nee, klar, nee, beim Moderieren halt einfach, ne? Weil man spricht und denkt gleichzeitig. Eigentlich war die Überlegung ja schon abgeschlossen, wo ich es auch ausgesprochen habe. Und von daher war das jetzt gerade unnötig. Aber gut, das waren jetzt eigentlich drei Punkte. Das ist in Ordnung. So, aber nichtsdestotrotz, das Ding ist ja am Fluss geendet. Alles andere ist ja völlig wurscht. Und war natürlich auch schon ein bisschen höher, ne? Das ist natürlich, okay. Ein paar Euro hier verschenkt. Aber egal. Stehen wir noch halt überhaupt hier im Moment, ja. 140 Euro, seit wir angefangen haben. Und 33 Punkte in Summe. Ja, das ist doch, gibt Schlimmeres. So, das war natürlich jetzt ganz klug, ne? Sich hier ausstoppen zu lassen und dann wieder hoch. Oh, das sind ja die Fake-Manöver, ne? Die ganz wilden, das ist natürlich... Normalerweise, das ist ja da, was ich vorhin gesagt habe, da falle ich eigentlich nicht wirklich drauf rein. Weil was macht er jetzt hier? Das gleiche Prinzip wie heute Morgen mit der 15-Minuten-Kerze. Geht einmal unter die Aufwärtsbewegung, zieht dann wieder rein. So, typisch. Ganz der Klassiker. Das war natürlich jetzt hier eigentlich, ja. Klassischer Anfängerfehler, den hier hinzusetzen. Aber wie gesagt, ich habe halt hier leider nicht alles im Blick, wenn ich die ganze Zeit auch hin und her switche. Wo hatten wir denn vorhin? Weil das war halt auch genau der Einstieg, oder noch kurz davor, von dem ich in der Gruppe gepostet habe. Weil das ist jetzt hier normal. Heißt aber jetzt auch nicht, dass der da durchzieht, ne? Kann er jetzt natürlich machen, der kann auch nochmal runterkommen. Da würde ich eher gucken, dass ich mir den dann nochmal irgendwo einfange. Das hier war jetzt echt unnötig. Ah, das ist manchmal bitterlich, ne? Buchstäblich. Hat ja keinen Verlust gebraucht. Ich meine, du bist ja trotzdem mit dem, mit dem raus aus der Geschichte, ne? Ja, ja, klar. Aber gut, ich meine, ich wollte ja halt, eigentlich eher da oben hin, ne? Auf die 318. Und das Spiel hätte ich mir ja gerne von unten angeguckt. Das ist ja halt der Grund, warum ich die überhaupt aufgemacht habe. Beziehungsweise mir den Long hier zusammengebaut habe. Das war ja wirklich eine Punktlandung gerade. Das ist ja echt wies. Ja, okay. Ja, 10 Punkte nochmal direkt hochgezogen. Schon ordentlich. Aber gucken wir mal, was er noch da unten veranstaltet. Der Dao steht irgendwie still. Da passiert irgendwie nichts. Und so, 30 Minuten wird fertig. Die muss man jetzt wirklich im Auge behalten. Das ist die nächste, die relevant ist. Zur Öffnung. Hier unten haben wir den Anfang von der 30. Beziehungsweise hier auf Stunde. Der wäre der hier. Wäre jetzt halt nicht ungewöhnlich, wenn wir einmal hier unter die Stundenkerze gehen, ne? So in dem Bereich. 65. Was haben wir denn da noch? Ja, der S2 ist auch dort. Wer sollte funktionieren? Eigentlich, was ist jetzt mal da nochmal einen hin? Das wäre genau der Anfang davon. Das wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Weil ich hatte eben auch... Bitte? Entschuldigung. Die Uschi fragt, wo sich die Hedge-Funktion befindet. Die Hedge-Funktion. Also es ist halt generell so, der Stereo-Trader hat halt mehrere Handelsmodi. Das hier ist der Future-Handelsmodus. Das heißt, da wird alles kumuliert. Hier kann man nicht hedgen. Also nicht in diesem Modus. Dazu müsste ich den Modus halt umschalten. Und der Stereo-Trader kennt insgesamt vier verschiedene Modi. Und einer davon ist natürlich auch der ganz normale Modus vom Meta-Trader, wo also alles einzeln ist, wo ich auch gegeneinander alles hedgen kann. Und das stellt man hier oben einfach um. Also hier oben ein Klick aufs Logo und dann hat hierbei Trading und da ist jetzt hier Handelsmodell Stereo-Future. Und das wäre dann Single-Hedge zum Beispiel. Dort habe ich dann alles mit Einzelpositionen und kann alles gegeneinander hedgen. Oder dann gibt es noch den Stereo-Hedge. Das ist ein Spezialmodus. Der fasst jeweils Long und Short zusammen. Sodass ich halt mich kumuliert in zwei Richtungen eindecken kann. Und sodass ich dort auch Averages und so weiter bilden kann. Also das ist sozusagen der doppelte Future-Modus, wenn man so möchte. Wo ich dann eben, wie gesagt, Long und Short gleichzeitig handeln kann. Also es geht halt, wie gesagt, über das Umstellen von dem Handelsmodus. Also ich handle am liebsten hier im Stereo-Future-Modus, weil der halt am, also für meine Begriffe zumindest, am transparentesten ist. Aber ist natürlich auch so ein bisschen Geschmackssache, ganz klar. Also wenn hier jemand gewohnt ist, mit Einzelpositionen zu arbeiten und damit klarkommt, dann soll er das natürlich auch gerne weiter tun. Da ist ja keiner gezwungen, da auf den Future-Modus zu gehen. Muss man aber auch dazu sagen, spätestens mit Meta-Trader 5 ist das ganze Hedging halt vorbei. Also das wird ja halt, kommt ja jetzt ohnehin. Und also der Stereo-Trader wird es auch für MT4 geben, solange es wie es MT4 auch gibt. Aber der Meta-Trader 5 per Standard kann ja bei CFDs schon nicht mehr hedgen. Aber da haben Sie einen Upgrade gefahren, Dirk. Im Fünfer kann man jetzt wohl auch hedgen. Aber nur bei Forex, soweit ich weiß doch, oder? Okay, da pass ich, bin ich raus. Wir werden das, aber ich weiß es, dass es wohl geht. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das nur auf FX bezogen ist oder auch CFDs. Aber zumindest am Anfang ging es überhaupt nicht vollkommen richtig. Dann haben Sie so eine Erweiterung gemacht. Aber ob die jetzt nur für Forex zählt, müsste ich in Erfahrung bringen. Aber letztlich gebe ich dir recht. Ja, also deswegen, das sollte man glaube ich sowieso dann früher oder später sich mit anderen Sachen auch anfreunden. Also ohnehin, wenn man im Future-Handel landet, dann ist es ja ohnehin nur noch so. Da gibt es keine Einzelpositionen. Sondern es ist ja halt, also je nach Strategie kann es natürlich passen. Aber ja, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Also ganz klar. So, fünf Minuten hat er noch. Dann haben wir hier die US-Markteröffnung. Darauf steht weder weniger still. Den kann man hier mal kurz einblenden auch. Dass wir den auch mal im Auge haben, was der so vorhat. Mal kurz wegschalten. Mal gucken, was er treibt, dass wir den irgendwo klein noch dabei haben. So, reicht ja. Ja, und hier ist natürlich jetzt echt genau das Ding. Also geht einmal unter die Aufwärtsbewegung. Krabbelt dann wieder rein. Und hat dann natürlich gute Karten einmal jetzt nach oben durchzupreschen. Aber hier Stundenkerze auch. Normales Price-Action-Verhalten wäre jetzt halt auch schon dann nochmal ein neueres Tief. Und dann wäre ich auch dann hier auch schon wieder bei meinem Entry, wie ich ihn gesetzt habe. Würde auch passen. Und daher alles erstmal gut. Auch hier der Exit war jetzt nicht so verkehrt erstmal an der Stelle. Weil das kann jetzt einfach so ein bisschen unsauber werden auch. Und also auf 30 Minuten. Also ich habe ja halt diesen, den Trail ja auch hier vorhin drin gehabt. Den Trading Stop. Der wäre hier auch rausgeflogen, wenn ich das richtig sehe. Krab mal hier messen. 2,79. Ja, der wäre noch gerade so, wäre der noch drin. Also da hätte jetzt der Stop-Loss gelegen, wenn ich halt das einfach jetzt nur dem Trading Stop überlassen hätte. Der würde genau hier liegen. Und wäre fast getroffen worden. Und eigentlich ist es so, also vom Stichwort statistische Relevanz. Der hat schon statistische Relevanz. Also weil bei dem weiß ich halt, wenn der getroffen wird, gibt es erstmal keine neuen Hochs. Sondern erstmal neue Tiefs. Also zumindest mal in 15 Minuten ist es auf jeden Fall so. Und mal gucken, wäre der weg gewesen. Ist ja die gleiche Bewegung. Nee, noch nicht. Der wäre noch gerade so drin. Das heißt, wenn das Ding hier bricht, dann sollte es auch tatsächlich erstmal neues Tief geben irgendwo. Also es ist wirklich in, ich weiß nicht, ob es 90 Prozent der Fälle tatsächlich sind, aber es ist extrem oft zu beobachten. Und da verlasse ich mich im Zweifelsfalle auch lieber darauf, weil ich dann halt auch einfach weiß, okay, das funktioniert meistens. Sowohl live als auch im Backtest. Und da würde ich dort eher nochmal abwarten, wann er das Spiel nochmal umgekehrt macht und dann nochmal einen Long-Einstieg suchen, wenn das dann halt umgekehrt passiert ist. Und weil der eben auch so ein bisschen die Regeln von der Markttechnik beherrscht. Und das ist eigentlich immer ein ganz guter Indikator eben auch dafür, ob das da Sinn macht, daran festzuhalten. Ich habe jetzt auch hier, hier mal eben auch die SMAs mal eingeblendet. Und nur um mal zu sehen, also wenn jetzt zum Beispiel so eine Reaktion stattfindet, wie jetzt hier gerade aus meiner Sicht im Nichts. Ja, das war jetzt halt hier mal so ein SMA 20 und nichts, was ich handeln würde, aber erklärt dann zumindest mal, worum jetzt ausgerechnet da. Es gibt ja Leute, die handeln sowas. Also ich gehöre nicht dazu. So, drei Minuten haben wir noch. Bin ich mal gespannt. Jetzt da oben per Long-Stop reingehen ist natürlich auch. Ja. Ja, kann schon funktionieren, keine Frage. Aber frag mich was soll da tief hier dann. Da könnte übrigens noch ein bisschen was kommen. Oder war das jetzt hier echt reines Fishing, was ja fast gerade schon so aussieht. Jetzt bin ich wieder 13 Punkte ab da nach oben gelaufen. Fünf Minuten mal gucken. So bin ich passiert, ist da halt nichts. Wenn, dann soll er doch jetzt so nett sein, soll ich mich da unten nochmal abholen. Das wäre doch schön. Oh, okay. Ist auf jeden Fall ziemlich viel Volatilität heute. Also solche schnellen Bewegungen innerhalb von der Fünf-Minuten-Kerze ist schon. Kann man auf jeden Fall handeln. Ist für jeden was dabei. Außer für die Shorties. Obwohl für die ja auch. Die kriegen ja hier auch ein bisschen was. Allerdings. So, der steht einfach nur still. Da wäre jetzt halt echt ein DAO. Das wäre jetzt schon typisch, jetzt erstmal nach oben. Könnte schon sein. Inwieweit das jetzt Auswirkungen auf den DAX hat, das ist natürlich auch nochmal ein anderes Thema. Heieiei, muss ich mich jetzt echt da oben einstoppen lassen? Das sieht ja fast danach aus, ne? Wirst du vielleicht gar nicht dran vorbeikommen, du? Ja. Also wenn ich die Bewegung haben will, muss ich natürlich irgendwie reinkommen. Und bei Stops ist natürlich immer so das Problem, dass man halt höheres Risiko hat. Aber mache ich jetzt einfach. Ich mache das einfach hier mal ein Stück weit. So, was macht der DAO? Erstmal ein paar Punkte sind direkt nach oben geknallt. So, Markteröffnung ist ja jetzt. Aber wieder exakt an der 92, ne? Schon ein bisschen. Schon auffällig. Aber trotzdem, ich gehe, ich kann nach diesem Bild nur davon ausgehen, dass der nach oben auflöst. Was ich nur nicht genau abschätzen kann, ist, bis wohin er möglicherweise noch nach unten geht. Deswegen würde ich jetzt mal Folgendes machen. Ich versuche mal, die mal zusammen zu skalieren, die Position. Das heißt, hier mit 1,50 würde ich starten. Ich versuche jetzt hier mal ein Average zu bilden. Das heißt, ich werde auch erstmal den Stop weiterhalten. Maximaler Korrekturpunkt wäre aus meiner Sicht hier unten die 2,69. Das wäre jetzt so erstmal das Maximum. Im schlimmsten Fall halt 240. Soweit kann ich aber nicht runterrechnen. Das ist mir too much. Deswegen würde ich jetzt hier mal versuchen, ein Average mir entsprechend aufzubauen. Das heißt also, irgendwo ein Korrekturmittel zu finden, weil ich muss, oder versuche es ja natürlich halt, um 16 Uhr so positioniert zu sein, dass ich halt im möglichst wahrscheinlichen Abschluss der 4-Stunden-Kerze dabei bin. So, mal gucken. Das heißt, die hat ihr Low hier bei, wo ist es? 53, bin ich bei 60, 69, gut, ich glaube, der Gedanke ist schon nicht so verkehrt. Den da auch nochmal dazuholen hier, weil das der jetzt direkt da oben durchgeht, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran gerade. Deswegen mache ich die mal weg, 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 weg. Ja, weil der hat halt einfach Zeit. Das machst du sehr veranschaulichend, mein Großer, das machst du sehr veranschaulichend. Aber ich glaube, das wollen die Leute auch. Ich meine, die kleben dir an den Lippen und schauen halt zu. Das ist halt, ich will nicht sagen wie ein Film, aber es ist definitiv interessant, wie du dich so am Markt entlanghangelst. Deswegen schweige ich auch großteils heute. Ja, weil es ist halt, er hat, ich meine, natürlich kann er jetzt ja oben durchbrettern, ja, also dann habe ich halt Pech gehabt. Aber halt, es geht ja um die Stundenkerze. Nur die muss beantwortet, also nur die, in Anführungszeichen, muss ja vervollständigt werden. Wenn der Aufwärtstrend hier der kurzfristige erhalten bleiben soll, dann geht es ja um die Weiterführung von der Kerze. Die hat jetzt aber halt noch mal eine halbe Stunde Zeit und gibt garantiert dann wieder einige, die dann zu früh hier oben sich einstoppen lassen. Man macht ja einmal kurz hoch und brettert dann wieder runter. Und aber nachher, wenn man dann auf den Chart drauf guckt, ja, wenn die Kerze fertig ist und guckt da oben raus, dann sieht es immer so aus, ja, war doch einfach, mussten wir sich hier nur einstoppen lassen. Dass der aber dann zwischendurch vielleicht nochmal 30, 40 Punkte runter ist, sieht man halt nicht. Und das ist halt immer so, das Ding auch eben, wenn man nach fertigen Charts beurteilt und vergisst mal irgendwie alles, was so dazwischen ist. Und das übersieht man ja auch leicht. Also hier war jetzt, zum Beispiel, geh direkt mal hier 10 Punkte runter. Einmal da oben nochmal dran. Der wäre schon gefilmt worden, glaube ich, wenn ich den nicht mitgenommen hätte oder knapp nicht, ich weiß es nicht. So, und das hier, das ist ja soweit alles okay, was der macht. Das heißt, hier nochmal ein neues Tief wäre schon, das wäre schon gut. Auf jeden Fall wäre hier die 269, hier unten in dem Bereich, das wäre auf jeden Fall ein Einstieg. Den kann ich vertreten, auch wenn der in die Hose geht. Weil halt eben da im H4 sind wir da nochmal fast am Anfang. Es ist der S2 auf Stunde, es ist ein neues Tief und ist innerhalb der Aufwärtsbewegung. Also das wäre schon okay. Und dem würde ich auch erst mal hier 10 Punkte auch mal geben, weil wie gesagt, das ist ja auch nur eine Teilposition. Nicht gleich alles, von daher kann der ruhig mal ein bisschen Luft haben, weil dass der jetzt hier einfach 100 Punkte runterfällt, da glaube ich auch noch nicht dran. Deswegen, der kriegt ein bisschen Luft. Und wenn der nicht hält, dann würde ich hier unten nochmal versuchen, weil die 240 war halt der andere mögliche Einstiegspunkt. Man muss halt nur gucken, dass es zeitlich halt irgendwie alles noch zusammenpasst. Also 15 Minuten hat jetzt überhaupt gar keine Relevanz mehr, weil es jetzt hier um die 4-Stunden-Kerze geht. Die 30 Minuten ist eine ist durch. Die Stunden-Kerze hat natürlich noch Relevanz. Und das ist jetzt halt entsprechend, daher kommt jetzt natürlich auch der Gedanke, dass der das ruhig machen darf. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir haben mehrere, Hans-Jürgen drin, der eine fragt, fängt die 4-Stunden-Kerze um 8 Uhr MLZ oder um 9 Uhr MLZ an? 8. 8, 12, 16. 8, 12, 16, 20, ja. Habe gern, Frank. Joshua, bin jetzt mal raus aus dem Longbyte 92. Danke dafür, Dirk. Ja, sehr schön. Freut mich. Jetzt gibt mir ein bisschen Übertreibung von der 72 noch. So, hier oben, war er natürlich genau an dem Punkt dran und das wäre jetzt halt echt nur eine ganz kurze Übertreibung. Und die willst du wieder abfüllen? Ja, vielleicht sehen wir jetzt halt hier mal die Limit-Pullback, vielleicht rutscht er durch. Könnte sein, das ist durch. Bitte? Vielleicht rutscht er durch, sodass du später zum Zug kommst. Ja, ja. Das wäre halt nett, wenn er jetzt hier einmal richtig runterknallt. Das wäre halt schon klasse. Aber ich fürchte, das Ding reagiert punktgenau. Mal sehen. Jetzt kommen wir nicht kurz vorher bremsen. Das wäre jetzt ein bisschen mies hier. Gut, die 5-Minuten-Kerze hatte er auch noch zweieinhalb Minuten. Was soll ich lieber machen? Ich gebe ihm noch ein bisschen Luft. Ja, aber ihr seht ja auch hier den fixen Spread, den wir ja mit unseren LPs gemacht haben. Der ist immer ein Punkt dazwischen Bitte und Ask. Der variiert auch nicht. Obgleich es natürlich bei schnellen Marktbewegungen auch Slippage geben kann und auch gibt. Auch hier, wobei die Statistiken da die positive Slippage auswerfen, muss man auch wissen an dieser Stelle, dass JfD hier einen positiven Slippage-Ertrag in der Summe von einem Quartalsreport aufweist, sowohl Forex- als auch Index-DFDs. Es gibt nämlich auch Broker, liebe Leute, die hier positive Slippage generell nie weitergeben, wenn sie denn kommt, sondern nur negative. Auch mal eine wichtige Rahmeninformation. So, aber Tensel drückt sich rum. Ja. Sollte auch spannend bleiben, ne? Jo. Komm, einmal kräftig drunter. Das wäre doch jetzt mal eine Maßnahme. Ich brauche mal hier ein bisschen was zum Vorführen. Ja, im Scalping hätte ich jetzt hier schon Geld verdient, ne? Ich hätte schon zweimal machen können. Rein und hoch und wieder runter, ja? Ja. Aber der hat ja auch noch jetzt über eine Minute die Kerze. Da kann natürlich schon ein bisschen was gehen. So, und die ist auch schon, ne? Wenn man hier die ATR betrachtet, die ist schon drüber. Und das heißt, dass die jetzt auch noch, das ist ja auch von der Stelle her eigentlich ganz hilfreich, auch wenn es jetzt hier ein kleiner Timeframe ist, ne? Aber der ist schon über dem Durchschnitt drüber. Das heißt, dass die länger wird, die Chance. Da müsst ihr unten so riesen Dinge rausgucken, hat man ja auch so eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Die wird wahrscheinlich nicht länger. Und wenn, dann wird sie exorbitant lang. Ja. Wäre gut für die Limit. Ich habe vergessen. Verdammt, ich habe vergessen umzustellen. Kann sein, dass ich den jetzt manuell reingeben muss. Auf visuelle Ausführung. So, ich gebe den manuell rein. Verdammt. Habe ich vergessen. Was heißt visuelle Ausführung? Ja, ich kann das so einstellen, dass der auf den Bit die Long Orders ausführt und dann wäre die jetzt schon getriggert worden. Ist er aber nicht. Also ich habe es jetzt eingestellt, dann hätte man es direkt schon gesehen. So, aber der war ja hier unten punktgenau und daher ist das in Ordnung. Mal ein Versäumnis entversehen von meiner Seite. So, aber hier halt eben auch. Deswegen, dafür ist es eigentlich auch ganz hilfreich, weil es ist hier über, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann an den Monitoren, aber hier ist der Durchschnitt, da war die Kerze und dass der weiterläuft, unwahrscheinlich, weil er sich halt einfach in der Range bewegt, also die fünf Minuten von dieser, von dem, von dem ATR-Durchschnitt. Und weil, wenn dann ein Ausreiser kommt, dann müsst ihr ja wirklich oben so weit rausgucken und man sieht ja, das ist ja schon immer alles relativ gleichmäßig. Man hat immer nur gewissen Bewegungsradius eben in der Kerze und das ist natürlich dann auch immer ganz nett, wenn man dann an so einem Punkt ist, kann man da eigentlich völlig stressfrei long gehen und wenn ich jetzt irgendwie hier nur ein paar Punkte hätte mitnehmen wollen, hätte ich die schon in der Tasche an der Stelle eben auch. So, jetzt gucken wir uns mal die 15 Minuten an. So, ich habe gesagt, ich gebe dir mal ein bisschen mehr Luft erstmal. Jetzt wird dir mal ein bisschen tiefer. Dann geben wir mal zehn Punkte, das ist schon höllen viel. So, 15 Minuten, was treibst du? Hier haben wir die Aufwärtsbewegung, da drin geschlossen. Gucken, da wäre das auf jeden Fall nochmal so ein Bereich, den wir gerne nochmal sehen dürfen, die nächsten fünf Minuten, hier oben. und dann halt mal gucken und wenn nicht, muss man halt mal überlegen, wie man damit umgeht. Ja, geht jetzt hier schon so ein bisschen deutlich drunter, das macht aber alles noch nichts. Auf einer Stunde beziehungsweise 15 Minuten das Gleiche ist jetzt gerade am Durchschnitt, das heißt, der kann schon noch ein bisschen runterkippen, hier, hat auch noch vier Minuten Zeit. Was macht der Dow? Der baut hier seinen ganzen Anstieg wieder ab. 24, da ist schon 60 Punkte gefallen, das ist nicht so wenig. Belastet wahrscheinlich auch gerade den DAX so ein bisschen. Aber mal gucken. Hier noch ein Gesamtbild, also er hätte schon noch, die Kerze hat schon noch ein bisschen Luft, die kann schon noch ein bisschen Druck nach unten machen. Aber wie gesagt, eigentlich plausibler wäre, hier oben dann nochmal ganz schnell hinzulaufen und versuchen, in der letzten Aufwärtsbewegung drin zu bleiben, weil auf Stunde haben wir jetzt auch, sieht man jetzt hier wieder schön, einmal kurz drunter geguckt und auch genau hier den Bereich, also die Stundenkerze davor, die Eröffnung mal angetestet und versucht jetzt wieder drin zu schließen. Also auf der Betrachtung von der Stundenkerze ist das auf jeden Fall okay, aber wie gesagt, die hat halt noch 20 Minuten, also fast 20 Minuten. Da kann halt natürlich schon ein bisschen was passieren. Da kann er nochmal eine Runde tiefer und dann trotzdem wieder da reinlaufen in die letzte Aufwärtsbewegung. Wenn er da nochmal reinläuft, da auch stehen bleibt, dann sollte auch der H4 auch mal zu Pette kommen und dann entsprechend auch mal langsam Gas geben. So, jetzt haben wir hier auf 15 Minuten erstmal genau das, weil jetzt da schon dran, das habe ich gar nicht aufgepasst. Nee, fast. Also hier oben der Bereich, das ist die 15-Minuten-Grenze und er versucht es zumindest da nochmal reinzulaufen. und falls nicht, das ist 46, beziehungsweise 40 hatte ich ja vorhin schon mal genannt. Das ist eine ganz schöne Ecke bis da unten hin, ne? Definitiv. Aber solche News können ja auch mal richtig knallend wirken, darf man auch nicht vergessen. Wir haben nochmal News jetzt, also 15, nee, 16 war. Genau, wir haben 16 und nochmal Vertrauen. also nicht, dass das jetzt hier die große Welle reiten könnte, ja, aber ich sage mal, wir sehen ja schon die Möglichkeit zumindest. Ja. Also es hat so, das ist so ein bisschen Blame hier. Das sieht ja wirklich fast aus, als will der unbedingt da drunter schließen. Mal gucken, was er hinkriegt. Und wenn er es tut, also wenn er jetzt hier schließt und wir haben die nächste Reaktion nach oben und dann würde ich hier oben rausgehen erstmal. Kann man das auch mal vorbereiten hier. Mal einen Tick-Trail einschalten. Zwei Punkte Abstand. So, weil wir haben nämlich jetzt, die Kerze ist fertig. So, hat hier drunter geschlossen unter der letzten 15-Minuten-Kerze. Das heißt, der hat jetzt erstmal so ein bisschen nach Short gedreht. Also hier wäre jetzt auch der Long wäre auch hier jetzt fertig. Der wäre jetzt hier raus. Und definitiv in jedem Timeframe nach der Logik, die vorher eingestellt war. Und jetzt würde ich halt hier echt nur noch versuchen, die Korrektur von der 15-Minuten-Kerze mitzunehmen. Weil das ist mir ein bisschen tief hier. So, mal gucken, ob wir die überhaupt kriegen. Wenn nicht, ich brauche jetzt aber auch hier keinen Stop mehr, der 10 Punkte ist. Den brauche ich hier nicht. da kann man das Geld auch spenden. Da hast du wohl recht. Man sieht es erstmal hier so fünf Minuten nach, die Welt geht unter. So, und dann springt der DAX doch erstmal hoch. Frage von Mario. Short-Einstieg ist keiner geplant. Also bist du jetzt schon relativ, sag ich mal, ja, jetzt long ausgerichtet. Deswegen die Frage, Short hast du nicht auf dem Schirm? Überhaupt nicht. Also, nicht hier zumindest. ist zwar alles möglich, ja, aber für mich ist das Ding momentan long, also sowohl im H4 als auch H1, weil der hat unten einfach alles gebrochen, was es zu brechen gab. Und von daher erstmal nicht, ne. Also, ich suche eher nach neuen Korrekturpunkten für long. auch wenn wir das jetzt hier mit der 16-Uhr-Kerze möglicherweise nicht schaffen, mit der, die jetzt gerade fertig wird und kann ja alles sein. also, aber Short ist das Ding für mich nicht. Auf gar keinen Fall. Also, erst wenn wir da drunter schließen nochmal irgendwo, innerhalb der letzten Abwärtsbewegung, die wir hier hatten, auf vier Stunden, wenn wir da drin nochmal schließen, dann, sag ich, alles klar, Rücklauf abwarten und dann Short. So, hier können wir es sehen. Der Stop ist jetzt hier raus, vier Punkte reicht, dicke, weil, der dreht dann nicht um. Dann hätte er es hier schon machen müssen. Also, ist ja schon mal, direkt schon mal einen Punkt tiefer. Und, das wäre jetzt halt, daher gehe ich schon davon aus, dass wir nochmal hier die nächste Etage sehen. Das sind wir hier. Das sind genau am Anfang von der Vier-Stunden-Kerze. Hier, das ist genau der Punkt. Zumindest war es jetzt hier kein Punkt, wo es mal irgendwie nur ganz kurz hingeht und dann wieder hoch. Auch wenn der jetzt hier nochmal hochläuft, weil, das hatte ich, glaube ich, im letzten Webinar mal irgendwie als Skyping-Strategie auch genannt, die Farbwechsel-Strategie. Auf vier Stunden haben wir die natürlich jetzt hier schon, weil jeder versucht, die Farbe zu wechseln, funktioniert normalerweise nicht so ohne weiteres. Also gut, vier Stunden ist es natürlich jetzt nichts, was jetzt innerhalb von ein paar Sekunden läuft, aber sieht man eben ganz oft, dass sich die Kerze nicht einfach an der Farbe ändert und das klingt halt alles immer ganz komisch, aber es ist auch relativ leicht zu erklären eigentlich, weil jede Kerze, also so nach meiner Definition, das ist ja ein abgeschlossener Trend, eine Kerze, ein Trend in einer abgeschlossenen Zeiteinheit und logischerweise ist es dann halt eben so, dass wenn halt das Ding gebrochen werden soll, kein Trend bricht freiwillig und deswegen hat man dann meistens eine Reaktion, das heißt, wenn sich die Farbe ändert und dann habe ich ja letzten Endes nur versucht, den Trend innerhalb der Zeiteinheit umzukehren und deswegen hat man dann meistens wiederum eine Reaktion dann entsprechend auch in die andere Richtung. Das heißt, er macht das einmal ganz kurz, jetzt hat er es gemacht, hier auf vier Stunden, einmal kurz drunter und jetzt könnte es sein, dass er hier einfach im Nirvana nochmal hochdreht und das würde zumindest dazu passen und ist mir jetzt aber hier auch kein Long-Einstieg wert an der Stelle, weil mir dazu irgendwie ein vernünftiger Punkt jetzt auch eben fehlt, also jetzt hätte man es hier machen können, ja, hat die einmal kurz die Farbe gewechselt, drei, vier Punkte, hoch, raus, fertig. So, hätte man drei Punkte verdient, also das Skyping-Ansatz einfach. Machst du das untertags auch mal so mit drei, du hast ja normalerweise eher so die 20-Punkte-Strecken vor dir, oder? Momentan eigentlich wenig, ich habe das früher eigentlich ganz oft gemacht, solche Geschichten und das ist halt, also da musst du da mal wirklich den ganzen Tag am Drücker halt sitzen, das ist natürlich schon, und da ich ja auch noch ein paar andere Sachen zu tun habe, dann mache ich das momentan eigentlich nicht mehr, aber das sind halt die schnellsten, sicheren Sachen, die sichersten Sachen. Ich meine, heute Morgen hat man ja eine Geschichte gehabt, die habe ich ja mal kurz gemacht, das war ja innerhalb von drei Sekunden irgendwie vier Punkte oder so, fünf. Das ist schon recht sicher, also wenn man weiß, was man tut natürlich, kann natürlich auch ins Auge gehen, ist auch klar, aber da hat man halt eine extrem hohe Trefferquote. Und da kommt halt echt auch exorbitant was zusammen, so jeden Tag für Teil, das ist schon erstaunlich, weil man natürlich ja dann auch relativ, ja, große Positionen dann ja auch hat und die immer schnell rein, raus. Skyping macht man jetzt nicht unbedingt mit 0,1% Risiko, sondern man macht ja dann schon irgendwie, hier haben wir das Prozent voll oder auch mal zwei, weil man ja einfach auch, da macht es ja halt der Mix, also wie gesagt, vor allen Dingen die Quote. So. Was nun? Was macht denn eigentlich der DAO? Der DAO steht still, 60 Punkte abgekippt, steht still. So, hier die Stundenkerze, hat noch zehn Minuten. Die kann natürlich jetzt hier drehen und dann wieder da hochlaufen. Wäre jetzt schon nicht so unwahrscheinlich. Mal gucken, habe ich hier irgendwas übersehen? Warum reagiert der hier überhaupt? Ah, das ist 76% Woche in der Punkt hier. Die 6,4, die hatten wir vorhin ja auch schon mal. Das finde ich halt auch eben praktisch, klickst du hier einmal drauf und guckst, ist da was und dann hast du halt die Antwort. Da musst du nicht irgendwie groß rummalen, sondern es ist dann einfach sofort ein Bilde. Gucken wir mal, ob da noch irgendwas ist. Eine Moneyline vielleicht noch? Nee, auch nicht. Nee, ist tatsächlich der der Wochenpivot. So, der muss aber nicht unbedingt jetzt hier auf den Punkt reagieren. So ein Wochenpivot, die kann natürlich auch mal um 20 Punkte überlaufen werden und dann im Endeffekt ist es im H4 oder wie auch immer, dann halt nur eine kleine Lunte. So, jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das Ding hier abschließen will. Hier die 4-Stunden-Kerze. Aber so ist es halt mit Ideen. Muss ja nicht aufgehen. Sondern es ist ja gut, wenn man eine hat. Man muss ein paar Ideen, aber auch genau das umwerfen können beziehungsweise auch sozusagen den Gegenlauf. Deswegen auch vorhin, also hier oben mit dem Teilverkauf und so, alles richtig. Also, das hat schon alles gepasst. Auch mit dem Exit letzten Endes hier ja auch. Also es ist schon alles okay. Weil ich weiß ja, also ich habe ja keine Glaskugel. Keine Ahnung. Kann natürlich nachher dann irgendeiner kommen und sagen, siehste, habe ich doch gesagt. Ja, ist ja alles gut, schön, aber wenn ich versuche, Recht zu behalten, dann ist das immer so der beste Garant dafür, dass es nicht aufgehen wird oder dass es teuer wird. Dann irgendwie im Zweifelsfalle hier nichts mehr machen. Und was wir jetzt aber gleich halt haben werden, so wie das hier aussieht, ist jetzt hier auf vier Stunden, wir sind jetzt hier gleich möglicherweise am Anfang von der vier Stunden Bewegung, die steht hier bei 33, sind wir bei 40, das ist genau der Punkt, die wir tatsächlich hier nochmal sehen könnten, das ist schon möglich. Und das sollte aber dann zumindest mal eine Reaktion hervorrufen. Also da einfach drunter, da glaube ich noch nicht so dran. Das ist ja auch von heute Morgen dann nochmal der Bereich. Das ist genau der Punkt, wäre das nochmal. Und dann kann es natürlich sein, dass das hier jetzt einfach auch alles einschläft und er sich dann bis heute Abend dann irgendwie nach oben davon stiegelt oder einfach nur hier in der Seifelsrange verharrt, dann hat eben hier zwischen 45 und 92 oder natürlich auch versucht es nach unten vorzusetzen, kann natürlich auch alles passieren. Aber wahrscheinlicher wäre dann halt wirklich eher so ein Verharren in dem Bereich. So, fünf Minuten hat er noch. Was soll das werden, Kollege? Mal sehen, was passiert. Mal sehen, was passiert. Spannung ist gegeben, das steht ja fest. Aber du hast das ja gut zusammengefasst. Was für Optionen es gibt, sozusagen? Ja. Die hat ganz gut gehalten, hier die gestrichelte. Relativ genau, würde ich sagen. So ungefähr auf den Tick. Das ist wieder hier. 71, 79, 71, ja. So, mal gucken, ob er das versucht, die 71 nochmal zu erreichen und darüber zu schließen. Das wird langsam eng, ne? So, langsam wird's eng. So, langsam wird's eng. Es ist immer das Gleiche, ne? Es ist immer das Gleiche. Es ist so. Es ist so. Blöd es klingt, aber es ist tatsächlich so. Wenn man das auch mal verstanden hat, dann versteht man auch mal die Bewegungen von den Kerzen, warum das so läuft. Auch wenn es natürlich schon ein bisschen Übung braucht, um das halt auch vorhersagen zu können, solche kurzen Bewegungen, aber es hilft zumindest mal beim Verstehen, glaube ich. Und das ist halt eigentlich auch wirklich nur Markstechnik. So im Großen und Ganzen. Markstechnik ist nicht nur relative Hochs und relative Tiefs und Trendbestimmungen, sondern eben dann halt auch Bewegungen innerhalb von den Trends. Also das ist zumindest dann halt mal das, was ich davon mir halt rausziehe. Übernommen hast du ja. Da kann man viel rausziehen, der eine oder andere so. Aber das ist auch die Verschachtelung und Inside-Kerzen ist auch wichtig. Ja, absolut, klar. Wird auch oft. Da ist ja schon fast, da kriegt hier ganz schön auf die Mütze. Und dafür verhält sich der Dachs. Das hat er draus gemacht und dann ist es. Aber schon massiver Widerstand da oben, bei 21.672 runter. Ja, ja. 80 kann man es ja rund sagen. Ja, das alte ATH halt einfach nur. Ich meine, mit ein bisschen Übertreibung eben. Ja, das ist so. Die Frage heute Morgen, Orderbuch, das hätte natürlich geholfen, um so einen Punkt jetzt besser einschätzen zu können. Ein Blick ins Orderbuch, der hätte dann schon gezeigt, da liegt was. Hätte ich ja natürlich schon gesagt, ja, passt. Passt auch dazu. Passt auch zur 2.70 Uhr, wo er noch mal hin will. Kann man mal machen. Und so ist es natürlich, muss ich mich da auf meine Eingebung verlassen. Dir aber meistens stimmt nachher. Toi, toi, toi. Oder oft. Oder oft zumindest, ja. Da haben wir wieder den Erfahrungswert übrigens, ne? Das ist ja wieder so ein Punkt. Ja, klar. Also ich meine auch, mir ist auch klar, also wenn ich das hier auch alles plausibel beschreiben kann, wenn das einer ungeübt versucht, der, ja, wird wahrscheinlich erst mal damit nicht wirklich weiterkommen. Also das ist halt, da führt halt letzten Endes wie immer keinen Weg dran vorbei, sich das halt wirklich echt ewig anzutun, ne? Bis es dann halt mal, bis es dann mal sitzt. So, aber hier sieht man jetzt ja eben auch, ne? Genau wie heute Morgen mit der anderen, die wir hier eingebaut haben bei 46. Es geht jetzt um die, um die 70, 71, besser gesagt. Und genau da werden wir jetzt auch schließen. Das ist absolut planbar. So, genau dort ist es, ne? Genau dort ist es passiert. Jetzt hier einen Punkt drunter. Okay. Kann ja mal passieren, aber... Und jetzt kann man jetzt hier auch schon fast die Würfel auspacken, ne? Was heißt das jetzt? Er hat knapp drunter... Eigentlich nicht, ne? Also hier, weil der Open war ja genau dran, hat jetzt knapp drunter geschlossen. Das kann jetzt alles Mögliche werden hier. Ja, knapper geht es ja kaum eigentlich. Aber zu den News hält sich die Bewegung jetzt eigentlich auch. Ich habe jetzt noch gar nicht auf den Ticker geschaut, was jetzt gut oder schlecht war. Aber... Heute Morgen war es genau. Der war genau hier. Der war nur irgendwie einen halben Punkt daneben. Der hier war jetzt ein Punkt daneben. Ja, aber da ist natürlich... Ja. Die Seitenrange leider vorprogrammiert, ne? Also, weil das hier, auch wenn die jetzt hier ganz drinsteckt, ne? Er hat es fast da unten... Er geschafft hat das nicht. Das Ding ist schon noch long, aber halt eben auch nicht nach oben erweitert. Das schreit so ein bisschen danach, dass dann nichts mehr passiert. Und hier auf vier Stunden, der ist eigentlich schön. So, jetzt mal gucken, wo haben wir denn da einen Pivot? Den Stunden-Pivot. So, jetzt hier oben. So, das ist die erste Anlaufstelle. Vier Stunden ist eigentlich völlig in Ordnung. Ich mache ihn nochmal kleiner. Aber nichtsdestotrotz, man kann natürlich trotzdem einmal hier runterkippen. Bis 40 etwa. Also, hier in dem Bereich. Oder sogar noch ein kleines bisschen. Und dann nochmal nach oben wegrauschen. Oder hier ist ja auch so ein Klassiker. Ein kleines neues Tief. Und dann nochmal hoch. Aber jetzt hier würde ich nicht reingehen. Also, das ist... Weiß ich nicht. Gefällt mir nicht so gut. Auch wenn es auf vier Stunden total plausibel wieder aussieht. Aber das Ding hat eben noch Zeit bis 8 Uhr. Das darf man halt nie vergessen. Die kann auch um 8 Uhr noch plausibel aussehen, wenn sie da oben rauskommt. Aber dann kann es auch sein, dass sie unten halt einen Docht hat, der 40 Punkte lang ist. Und das ist im Daytrading. Muss man sich das ja nicht antun. Bist du dann auch bis 8 Uhr am Rechner? Ist jetzt so eine Frage auch. Das heißt, du bist ja nun doch schon heute seit 7, 8 Uhr am Rechner. Und jetzt sagst du ja 20 Uhr Kerze. Wartest du die dann ab direkt? Oder sagst du jetzt dann auch hier Xetra-Schuss 17, 30. Ende alt, Ende. Oder ist das unterschiedlich? Je nach... Ja, auch Dynamik des Marktes mehr oder weniger. Ja, ich meine, wenn was los ist und alles aufgeht, dann wäre es ja eher ein Fehler, dann zu sagen, so, ich bin jetzt irgendwie da raus. Und ansonsten eher nicht. Also, dann ist es echt so, wo ich dann irgendwie 17, 30, entweder, wenn da noch eine Position drin ist, die man laufen lassen kann, das ist schön. Dann lasse ich die laufen, setze dann halt einen Trail hin und dann ist gut. Und ansonsten, ich meine, ich sitze ja tatsächlich irgendwie die meiste Zeit ohnehin am Rechner und das läuft dann halt eben einfach auf dem Bildschirm nebenher. Also, ich muss das ja nicht irgendwie die ganze Zeit da angucken. Und das nicht. Das muss nicht sein. Weil irgendwann ist es auch mal gut. Ich meine, vor allem beim Mittagessen ja auch, ja. Ich meine, ich gebe dann so eine Position da rein, schmeiße dann einen Trail an und gucke da beim Mittagessen mal drauf, aber den Rest, den kann ich ja automatisch ja dann auch machen lassen. Da muss ich mich nicht die ganze Zeit ranhängen. So, jetzt sind wir im Prinzip auch nach der Action, nach dem US-Handel. Erocolino fragt gerade, ist der US-Dollar in der Großwetterlage eigentlich noch im Abwärtstrend? Also übergeordnet, Erocolino, definitiv. Da könnte er bis 1,25 steigen und er wäre noch in dem, also in dem Big Picture Abwärtstrend steckt der Euro noch mittendrin. Da müsst ihr schon die 1,30 überschießen, also wirklich im großen Monatsbild. Selbst wenn er jetzt bis 1,20, 1,25 steigt, wäre der übergeordnete Abwärtstrend seit der Finanzmarktkrise immer noch intakt. Das mal um die Frage zu beantworten. Situation wie jetzt, absoluter Sideline-Close, da lohnt es sich doch eigentlich PC mal auszumachen, oder? Ja. Was sagst du dazu? Ja. Das ist ja, das ist ja abzusehen. Also daher, das hat halt jetzt einfach alles ewig Zeit. Also die Stundenkerze hat halt noch fast eine Stunde, die vier Stunden, die kann halt eben bis 20 Uhr noch irgendwie sich überlegen, was sie macht. Hier muss man definitiv nicht unbedingt irgendwas unternehmen. Also wie gesagt, ich lasse da unten die Order mal sitzen. An der Stelle, ich war ja eigentlich ein bisschen tiefer hier bei Future Open, wäre das sogar noch mal fast da, lasse ich die mal sitzen. Und ansonsten sehe ich ja auch gerade nicht wirklich Aktionsbedarf. Ja, das ist der Punkt, wo man auch dann, sage ich mal, jetzt gerade noch, liebe Leute, wie gesagt, wir sind heute auch sehr schön besucht, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank. Am Nachmittag war es selten so voll wie heute, Dirk. Also insofern, Hut ab an dich. Und du hast ja auch hier heute schon wieder was rumgeschnitten, auch am Nachmittag wie am Vormittag. Wenn du so ein Fazit mal ziehen kannst, zum heutigen Tag, bist du soweit zufrieden mit den Ergebnissen? Weil im Prinzip unterm Strich kam ja richtig was raus. Ja, absolut. Also gibt es ja nichts zu meckern. Ich meine, also der erste Teil vom Plan ist ja voll aufgegangen. Die Einstiege haben alle gepasst. Das Risiko hat gepasst. Habe auch keinen Mist gemacht. Also jetzt hier nicht mit meiner Long-Position verheiratet, sondern da auch einen Exit gesucht. Also ja, ich wüsste jetzt nicht warum. Also weil das hielt ja immer so ein bisschen darauf ab, so zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Oder was heißt, natürlich ist es schön, wenn irgendwie ein Plan auch ganz aufgeht. Also wenn der jetzt hier um 16 Uhr nach oben durchgeknallt wäre, hätte ich natürlich geschrien, juhu. Gar keine Frage. Aber ich finde es halt auch immer so ein bisschen gefährlich, weil man das verleitet natürlich immer zu, ja, zu Arroganz. Ja, ist ja richtig. Ist ja richtig. Ja, also es sind ja alle nur Menschen und wir wollen ja immer alle am liebsten Recht haben. Und das ist aber halt im Handel, kann das echt katastrophal enden. Also ich habe es letzte Woche auch gesehen und habe ich auch was dazu gesagt, auch entsprechend bei mir in der Gruppe auch dazu. Das lief exorbitant gut, ja, irgendwie tagelang. Und dann kommt irgendwie, habe ich morgens noch geschrieben, ja, die in die Bewegung, die wird aber nicht reichen bis dahin dahin und keine Ahnung. Und habe das dann irgendwie zwei Stunden später vergessen und war dann der Meinung, nee, der muss jetzt das machen, was ich will. So, da gibt es natürlich direkt viermal hintereinander was auf die Nase. Und weil man dann halt irgendwann denkt, ja, man hat es halt drauf, ja. Oder man hat jetzt irgendwie, der DAX macht, was ich will. Und das ist natürlich brandgefährlich, ne. Und von daher bin ich eigentlich immer zufriedener nach solchen Tagen, wo dann halt irgendwie, wo es ganz anders gelaufen ist als gedacht und ich aber dann irgendwo geschafft habe, mich darauf einzustellen. Das ist viel, viel wichtiger. Und ich sehe es halt auch immer so ein bisschen bei der Frequenz von Teilnehmern zum Beispiel, dann halt eben auch, wo man dann sieht, irgendwie im Chat oder was weiß ich, wenn morgens dann irgendwie steht, ja, long da dahin und dann short hier und hier und dann macht das aber irgendwie genau umgekehrt. Und an solchen Tagen hat man wesentlich weniger Traffic, dann eben auch, weil halt viele oder hauptsächlich eigentlich Anfänger betrifft es nur, weil die dann lesen, ach, der hat gedacht, geht long, dann ging ja short, der hat ja überhaupt keine Ahnung. Und das ist komplett falsch. Das ist so, so, so falsch. Weil irgendwie am Schluss des Tages sagen, ja, ich habe richtig gelegen, der ist da und da hingelaufen. Das kann jeder. Und weil irgendwie läuft der auch immer irgendwie irgendwo hin, ja. Also es ist ja halt, man kann es ja immer so ungefähr ausrechnen. Und das ist aber nicht das Kunststück. Oder damit verdient man kein Geld, sondern Geld verdiene ich ja nur, wenn ich in der Lage bin, dem zu folgen, was da passiert. Und das ist halt so ein typischer Anfängerfehler. Dann halt immer eher so, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, dass man halt, dass halt gerne drauf geguckt wird, ja, der hat gesagt, der DAX läuft da und dahin, guck mal, der steht da. Klasse, aber nutzt überhaupt rein gar nichts, nichts. Korrekt. Weil man es nicht handeln kann. Also ich muss ja wissen, wie ich da hinkomme. Mir ist egal, wo der steht, mir ist nur entscheidend, wie läuft er oder in welche Richtung bewegt er sich und wo bin ich dabei. Das ist ja das Einzige, was zählt am Ende des Tages. Und das war heute, denke ich, auch mal ein sehr, sehr schöner Praxisbezug, den du uns da hier gegeben hast, weil du dich ja wirklich am Chart entlang geredet hast und auch das sozusagen visualisiert hast. Wie gesagt, wir hatten mal ein Webinar oder war es ein Workshop, ich bin mir gar nicht sicher, das war mehr technisch orientiert. Das letzte Live-Trading mit dir lief ja auch hervorragend und heute kann man das eigentlich auch nur so zusammenfassen, dass ich denke, die Zuschauer haben hier auf jeden Fall was mitnehmen können in der Richtung, wie du eben den Markt skalierst, beobachtest. Natürlich auch dann hier im Sinne dessen, dass du den fixen Spread auch schön siehst mit deiner Bit- und Ask-Spanne da und dann eben aber auch hier insbesondere dann die Marken oder auch das Lesen im Chart, wo der Markt denn hinlaufen konnte, das du eben schön definiert hast. Also ich denke, von der Nachvollziehbarkeit war es wirklich hervorragend, gerade für Leute, die den DAX eben sehr, sehr mögen und da hast du ja selber gesagt, du bist da anders als viele andere von wegen hier differenzieren und viele Underlines und such mal dies, such mal das. Ganz klar, das ist natürlich was, wo man sagt, da hast du deinen eigenen Weg gefunden, Dirk. Und da bin ich dir auf jeden Fall dankbar, dass du uns da hast teilhaben lassen an der Geschichte, weil ich denke mal, so langsam können wir auch hier, so langsam, wie gesagt, jetzt ist der Markt ja wirklich trocken. Ich meine, du hast die Marken ja auch schon wieder besprochen und beziffert. Vom Potenzial her, wie gesagt, news-technisch sind wir durch. Wir haben den Close oder das Opening in Amerika gesehen. Close, Xetra wird jetzt in anderthalb Stunden passieren, knapp. Und was dann passiert, wird man mal abwarten, wie der Future noch läuft. Und die Amerikaner, die sind ja in der letzten Handelsstunde, also 21 bis 22 Uhr, dann immer noch sehr affin und aktiv. Also da, wie gesagt, so eine Night Session auch immer mal interessant. Aber ansonsten, wie gesagt, danke ich dir in jedem Falle, Dirk, erstmal für den heutigen Einblick wieder rund um deine Plattform. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Für alle Teilnehmer nochmal der Hinweis, wie gesagt, der StabilTrader wird zu Beginn des Augusts auch bei uns gelauncht. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, dass der, ist ja jetzt auch schon adaptierbar, aber Dirk hat gesagt, ja vorhin auch im Demo kann man es kostenlos testen. Und Live-Lizenzen werden dann eben kostenpflichtig. Da wird man die ganzen Abwicklungsprozesse z.B. dann auch auf unserer Website entsprechend darstellen. Wie gesagt, ich kann jetzt erstmal sagen, vielen, vielen Dank für das heutige Erscheinen. Dirk in erster Linie, für euch, liebe Teilnehmer auch natürlich, hat sich ja auf jeden Fall gelohnt, denke ich, für den einen oder anderen gerade eben der DAX-affin ist. Ich selbst bin auch der Meinung, dass man mehr verschiedene Anterligations betrachten sollte und ich bin ja aber mit dem DAX eh nicht so befreundet. Deswegen, da hast du deine Skills und Erfahrungen uns schön transportieren können, Dirk. Und deswegen sage ich Danke an dieser Stelle und würde so langsam das Ende einleiten, liebe Leute. Wer von euch noch nicht bei uns war, oder mich würde auch mal interessieren, wie viele Nicht-JFD-Kunden hier heute dabei waren. Vielleicht einfach mal kurz in den Chat Ja schreiben, ich bin kein JFD-Kunde oder einfach nur Ja, da weiß ich Bescheid, dass ich das mal grob überblicken kann, welche Teilnehmer sozusagen extern dazugestoßen sind. Und also nur die, die es nicht sind, sonst komme ich ja nicht zurecht. Also wir haben da einige neue Teilnehmer tatsächlich auch dabei gehabt. Schön, also ihr seid dann praktisch außerhalb vielleicht von dem Link von Dirk in Facebook beziehungsweise meinem Link im Guidance zu uns gestoßen. Ich hoffe, wie gesagt, ihr habt da auch so zwischen den Zeilen mal lesen können, wenn ich eben über das Brokertum gesprochen habe, eben auch über faire Ausführungen insbesondere, eben auch kein Inhouse-Handel und dergleichen. Das hat Dirk ja vorhin auch angesprochen. Ganz, ganz wichtig, dass ihr da in jedem Fall mal schaut, mit wem ihr da handelt als Partner und dass der Dirk auch mit uns kooperiert, freut uns sehr. Eben auch, weil wir, das sagt man auch schon, am Erfolg unserer Kunden interessiert sind. Wenngleich jeder natürlich hier selbst es in der Hand hat, richtig oder falsch zu machen und der Markt sich zu bewegen, das bedarf eben auch viele, viele Stunden des Trainings, des Schadlesens. Wir haben es ja an Dirk gehört, irgendwann musste da so eine gewisse Faszination oder eben auch Eigeninteresse entwickeln, um da wirklich einzutauchen, denn Trading ist halt wirklich eine Königsdisziplin und DAX-Trading insbesondere. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wer den DAX profitabel handelt, dauerhaft, das ist für mich, wie gesagt, ein garstiges, biestiges Tierchen, der DAX aber nichtsdestotrotz. Dirk hat uns heute abermals bewiesen, wie gut er das er kann, wie gut er das hier einfangen kann und wer da Interesse hat, kann auf seiner Facebook-Seite heranschauen. Ansonsten freue ich mich, auch heute hier Teilnehmer, die außerhalb des JFD-Kreises aktiv sind, begrüßen zu können oder dass ich die begrüßen durfte. Also bleibt es informiert bei uns, JFD-Events auf unserer Seite, wir haben viele Ausbildungswebinare oder auch Education ist ja Ausbildungswebinare oder auch Live-Trading-Events auch im nächsten Monat, in den nächsten Monaten und natürlich auch immer wieder Highlights und ansonsten würde ich jetzt so langsam das Ende finden wollen. Dirk, ich habe dir schon oft gedankt, jetzt ist es das letzte Mal. Teilnehmer haben ansonsten auch keine Fragen weiter, denke ich mir. Man sagt doch, du kannst mir gar nicht genug danken oder wie geht der, ah ne, der geht andersrum. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ja, wie gesagt, es war ja deine Zeit, aber ich meine, du bist ja wie gesagt in der Facebook-Gruppe auch aktiv, schreibst da viel und hast heute eben das Ganze auch mal praktisch abgespult, also wie gesagt, auch nochmal was anderes und auf jeden Fall was sehr, sehr Schönes. Wie gesagt, danke auch von den Teilnehmern an dich, war sehr informiert, informiert, informativ, ja, auf jeden Fall. Da hast du, wie gesagt, uns gut am Chart entlang gehangelt und deswegen sage ich jetzt nochmal in aller Runde vielen Dank fürs Dabeisein. Ich würde dich entlassen, Dirk. Wir bleiben definitiv ja weiter im Zusammenarbeit, haben da ja einiges in den nächsten Monaten noch vor und der nächste Live-Event mit Dirk wird, denke ich mal, auch nicht so lange auf sich warten lassen und würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen dann bei JFT begrüßen zu können. Wie gesagt, ihr könnt unsere Demo-Accounts auch kostenlos testen und das auch so lange, wie ihr wollt. Also Demo-Accounts sind nicht befristet auf vier Wochen oder drei Monate. Das könnt ihr so lange machen, wie ihr wollt, um uns da auf Herz und Nieren zu prüfen. So dann, vielen Dank an alle. Ich wünsche euch noch einen schönen Ausklang hier am Dienstagnachmittag. Regen hin oder her, Sonnenschein hin oder her, macht das Beste aus der Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg beim Handel und in dem Sinne auf bald und beste Grüße. Ciao dabei. Dirk, kannst du auch noch Tschüss sagen, wenn du magst. Das mache ich doch sehr gerne. Dann bedanke ich mich an der Stelle auch noch ganz offiziell von meiner Seite. Hat Spaß gemacht. Ist ja auch alles sehr schön aufgegangen und wie der Christian schon gerade gesagt hat, das nächste Mal ist nicht mehr lange hin. Also mein Kalender ist da eigentlich voll mit Webinaren, wenn ich da mal so drüber gucke und überall steht irgendwie JFD dahinter und das heißt, kann wirklich nicht lange sein. Mal gucken, wie es das nächste Mal wird und ich hoffe, der eine oder andere konnte was vernünftiges hier mitnehmen. Die Gruppe nochmal, also wie gesagt, wer möchte, Traders Club von StereoTrader.net findet man in Facebook einfach Beitritt klicken und dann sollte alles Weitere kein Problem sein. Und da gibt es, wie gesagt, jeden Tag so ein bisschen was spezielles Setups eben mit dem StereoTrader, aber auch generell, was den DAX angeht, wird da eigentlich jeden Tag, kommt da was von meiner Seite live dazu. Ja, das war es von meiner Seite. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euch allen viel Erfolg bei eurem Trading. Bis dahin. Genau. Happy Trading und Tschüss an alle. Das Video wird nachher hochgeladen. Schaut dabei.